Ja, herzlich willkommen. Ihr seht, neues Video von Savage Scooter. Ich sitze mit dem Ulf hier. Wie versprochen, das Interview, was beim letzten Mal so erfolgreich überhaupt gar nicht geklappt hat. In die Hose gegangen ist, genau. Ja, weil du einen LKW voller pakistanischer Roller bekommen hast. Ja. Die auch, gibt es da noch welche von? Ja, natürlich. Wir haben immer noch das Riesenproblem der Zollpapiere. Das heißt, wir haben eine Gesamtverzollung von einem Container bekommen. Die können wir natürlich nicht den Kunden mitgeben jetzt. Deutsche Bürokratie ist es unfassbar. Ja, jetzt hat die Spedition nochmal alle neuen Anträge gestellt an den Zoll, dass wir bitte einen Einzelverzollungsnachweis bekommen für den Roller, den wir den Kunden mitgeben können. Und der Zoll ist überlastet. Das heißt, wir warten jetzt. Die Roller stehen hier. Wir können immer noch nicht in den Verkauf richtig gehen. Es ist mega schade. Das hatten wir uns komplett anders vorgestellt. Aus der Erfahrung war es immer anders. Wir haben viele Roller aus Japan geholt. Das ging immer ruckzuck. Im Prinzip Container kamen, Papiere waren schon in der Post. Diesmal ist der Container seit zwei Monaten hier und wir haben nichts in der Post. Das kann jeden Tag kommen. Wir sollen nicht anrufen und dem Zoll keinen Stress machen, weil sonst kommt es wieder nach unten in die Ablage. Ach, okay. Die Gefänger. Sehr gut, okay. Also, ja, ich finde es super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal ein bisschen quatschen. Wir hatten das ja schon mal gemacht, aber da ist ja die Mikrofontechnik komplett ausgefallen. Aus welchen Gründen auch immer. Schöne Bilder haben wir gemacht. Bilder, zwei Stunden Video und es ist überhaupt gar nichts am Ton hängen geblieben. Ich würde ganz gerne einsteigen und mal so ein bisschen rauskriegen wollen. Ich habe mir auch so einen kleinen Fahrplan gemacht. Ich hatte die User so ein bisschen oder die Videos schauen mal gefragt, was würdet ihr gerne vom Ulf wissen? Und da kamen auch ein paar interessante Fragen bei raus. Ich habe das versucht, so ein bisschen mit einzubinden. Mich würde tatsächlich mal interessieren oder ich glaube, das würde viele interessieren. Wer ist Ulf? Wer ist Ulf Schröder? Wo kommt er her? Was hat er gemacht? Wie kam es zum Scooter Center? Wo kommt Ulf her? Erzähl mal. Du, es ist so ganz klassisch, wie man sich da vorsteht, Hobby zum Beruf gemacht. Also, ich habe angefangen, Roller zu fahren mit 16, habe das Mofa übersprungen, bin also wirklich vom Fahrrad zum Roller gekommen. Und es fing ganz klassisch an, wie bei den meisten wahrscheinlich, Quadrophenia. Ich komme aus Leverkusen und da gab es also Mods, die sind mit ihren Rollern also rumgefahren. Und da waren ein paar richtig, damals richtig geile Kisten dabei. Und dann hieß es immer, hast du gehört, hier gibt es welche mit Rollern und so weiter, total cool. Und dann wurde halt Quadrophenia geguckt und dann war es natürlich vorbei. Ja, das war der Film für uns und wir wollten also Mods werden. Und da wurde natürlich dann, damals gab es kein Internet. Also, was hat man gemacht? Man hat irgendwie versucht, sich anderweitig zu informieren. Es gab diesen Berichten Stern damals über Mods. Und das war praktisch der Startpunkt so. Wir fanden das super cool und wir wollten also Mods werden. Und dann gab es damals auch das Transalpino-Ticket. Da konntest du mit dem Zug praktisch über Ostende irgendwie nach London fahren. Und da sind wir klassisch auf die Carnaby Street gefahren. Einmal Carnaby Street, uns Parker kauft, richtig schlecht, ordentliche Aufnäher und dachten, das sind jetzt die coolen Mods. Haben dann irgendwann die richtigen Mods natürlich immer getroffen. Und wurden erstmal Schläge angedroht, wie wir denn so pissig rumlaufen könnten irgendwie. Und naja, so hat das alles angefangen. Hier waren es unsere Freunde und wir waren, weiß ich nicht, wir waren 15 Leute oder sowas in Leverkusen. Und mein erster Roller, es hatte halt einer einen Zündab R50. Und der hat mich überzeugt, das sei ein saucooler Roller. Und da habe ich mir auch eine Zündab R50 gekauft. Sah so ein bisschen aus wie eine Lambretta, muss man sehen wollen zumindest. Und die anderen hatten halt PX80 oder V50, ganz klassisch irgendwie. Und ja, wir sind halt in dieses ganze Mod-Thema eingestiegen. Und damals gab es in Düsseldorf die Scooter Boys. Und die haben sich an der Uni mal getroffen. Das war so der regelmäßige Treffpunkt. Jeden Freitag fuhr man zur Uni nach Düsseldorf in die Cafeteria, hing mit den Rollerfahrern aus Düsseldorf rum. Und ja, so kam das halt. Und ich hatte diesen Zündab Roller, den man natürlich auch versucht hat, schneller zu machen. War damals nicht so einfach, weil zwei linke Hände, alles nur Daumen, nur gerade eine Theorie. Man wusste ja auch nicht, wo man die Teile kriegen sollte. Also gerade Zimmer, die waren pleite, die waren nach China, die damals verkauft wurden, das Werk. Es gab so Restbestände noch. Und damals gab es ja auch im Prinzip kein Internet, kein eBay oder sonst irgendwas. Man ist wirklich dann auf Oldtimer-Teilemärkte gefahren, hat sich die Markt für klassische Automobile geholt, hat geguckt, wo ist ein Teilemarkt, Vetterama oder sonst irgendwas. Ist mit den Leuten, die einen Führerschein hatten, mit dem Auto über die Vetterama gefahren und hat dann irgendwie versucht, irgendwelche Teile zu kaufen oder sowas. Oder auf dem Schrottplatz Scheinwerfer, ja. Also ganz klassisch Sturzbügel vorne drauf, große Scheinwerfer drauf, Fuchsschwanzantenne und all so ein Quatsch. Genau, das war so praktisch die Jugend. Aber die ganze Zeit, deswegen fährt man ja Roller, weil man es selber machen kann oder selber versucht zu machen. Und irgendwie immer gebastelt, gemacht, getan, mit 18 in 200 Rallye gekauft. War natürlich super, sofort Vespa infiziert irgendwie. Und es ist ja nach wie vor, finde ich, immer noch einer der allerschönsten Roller und am besten zu fahren. Und seitdem eigentlich 200er Rallye gefahren und dann eben auch ganz klassisch in Leverkusen hat der Malossi, Karl Schmidt damals den Malossi-Import für Deutschland aufgemacht. Malossi-Auspuff drauf gemacht, Vergasabdüsung, keine Ahnung. Malossi-Auspuff drauf gemacht, Klemmer auf der Autobahn gefahren und wirklich so die harte Schöne durchgemacht. Das Übliche halt. Dann mit dem Roller praktisch nach Italien gefahren, nach dem Abitur mit jemandem aus Leverkusen. Der hat den Batschatsch gespannen. Sind wir praktisch komplett am Rollershop damals vorbeigefahren, beim Rollershop vor der Tür geschlafen. Und das war, boah, einmal den Rollershop live zu sehen. Das war das höchste der Gefühle irgendwie mit 18. Ja, also mega. Ich habe das ja auch schon mal gesagt. Ich habe ja auf dem Cuda einen Rollershop-Aufkleber. Und wenn du damals einen Rollershop-Aufkleber auf dem Roller hattest, dann warst du ja schon mal geadelt. Man gehört ja dazu. Genau, weil alle wussten, der hat beim Rollershop bestellt. Der ist auf jeden Fall für sich. So war das ja damals. Ja, ja, ja. Und der weiß Bescheid. Genau, genau. Also nach wie vor die Kataloge immer noch Referenz. Also mega geil. Genau. Und dann irgendwie, ja, warum nur Roller fahren, wenn man noch so ein bisschen frickeln kann und so weiter. Damals gab es den Reviermarkt und den Marktplatz. Kennst du vielleicht auch noch? Ja, ja, ja. Das war so ein Ruhrgebiet. Ja, ja, ja. Marktplatz Köln-Bonn. Kaufen, verkaufen. Bei uns war es dann die Annonce. Annonce, ganz genau. Immer jeden Freitag kam sie raus. Und ich glaube Mittwoch noch. Und Freitag morgens praktisch, man guckte zuerst mal in den Marktplatz rein, was gibt es an Roller zu verkaufen. Man musste schnell sein. Man musste schnell sein, ganz genau. Dann mittags nach der Schule praktisch mit dem Golf los und mich Roller geholt, hinten in den Kofferraum rein. Bisschen repariert, schön gemacht, TÜV drauf gemacht und verkauft. So habe ich praktisch die ganze Zeit immer mit Rollern so ein bisschen gemaggelt. Bundeswehrzeiten hatte ich dann auch viel Zeit, weil ich auch der Nance war. Hattest du denn eine klassische Ausbildung noch nach der Schule gemacht? Ich habe Abitur gemacht und wollte eigentlich Luftverkehrskopfmann werden. Wir haben vorher im Ausland gewohnt. Das hat ja gut geklappt. Hat super geklappt, ganz genau. Und sind sehr, sehr viel gereist. Und irgendwie war mein Fable immer, weite Länder erreichen und fliegen. Und leider war meine Schulnoten nicht ganz so gut damals. Und es gab noch 15 Ausbildungsplätze bei der Lufthansa in Köln. Gehörte ich leider nicht zu den Ausgewählten. Also habe ich gedacht, was machst du Artverwandtes? Und einer meiner Mod-Kollegen damals, der hat im Hotel eine Ausbildung gemacht. Als Hotelfachmann. Und er hatte immer so eine Bombe, immer nur Party. Und man hat relativ leicht soziale Kontakte dann auch. Ja, klang interessant. Da habe ich gedacht, okay, ist ja auch ein Umweg irgendwie zur Luftverkehrsgesellschaft zu kommen. Übers Catering oder wie auch immer. Ich habe eine ganz klassische Ausbildung als Hotelfachmann gemacht. Harte Schule auch, muss man sagen. Und musste dann aber realisieren, ach Hotelfachmann, das kannst du von überall mitreden und kannst nichts wirklich. Also hieß es damals, nein, man müsste klassisch eine Ausbildung machen als Koch oder Restaurantfachmann. Da habe ich gedacht, okay, essen tust du gerne, machst du auch eine Ausbildung als Koch oben drauf. Habe dann praktisch nochmal eine Ausbildung als Koch gemacht. Hatte den Vorteil, man hat scheiß Arbeitszeiten. Aber man hat natürlich manchmal vier Tage hintereinander frei. Weil man dann einfach die Schichten so gelebt hat, dass man im Prinzip vier Tage frei hatte. Und damals die Scootering habe ich mal vertrieben. Habe ich gerade mit 16 angefangen, in England mit dem Stuart Lenning Briefe zu schreiben damals noch. Habe gesagt, hier, deine Zeitung ist cool, die würde ich gerne verkaufen. Der hat mir dann mal 20 Exemplare nach Deutschland geschickt. Die habe ich dann praktisch freitags an der Uni verkauft. Die gute alte Bridge Scooterist-Zene hieß sie am Anfang noch. Und hatte damals auch eine Motoretta inseriert, Scootering zu verkaufen aus England. Fünf Mark hatte die, glaube ich, gekostet oder sonst irgendwas. Habe ich mir eine Mark verdient mit jeder Ausgabe. War ein bisschen einfach nur, aber es war halt cool. Und dann habe ich praktisch immer, wenn ich Scootering bekommen habe, habe ich hinten geguckt, was gibt es Roller zu verkaufen. Und ich hatte damals einen T3. Und bin dann praktisch immer, wenn ich Wochenende frei hatte oder während der Woche frei hatte, drei, vier Tage, bin ich nach England drüber gefahren, habe Roller gekauft. Weil in Deutschland, das war ein bisschen, weil der Rallys Sprint gab es auch nicht mehr. PXen fand ich immer langweilig ein bisschen. Die wurden halt auf den Müll geschmissen. Die wurden auf den Müll geschmissen. Aber damals war ja wirklich das coolste Lambretta, weil auch die waren ja wirklich relativ selten. Und ich hatte eine SX-150 aus Italien mir kommen lassen, über irgendeinen Typen, den ich kennengelernt hatte, über die Vespa-Welt. Bin leider auf eine Öllache ausgerutscht. Lenker war gebrochen, brauchte Ersatzteile, gab es nicht. Erstmal weggestellt. Mark für klassische Automobile, L125 Special in Kassel gefunden. Auch die gekauft. Fehlte irgendwas anderes. Also wurden die Lambrettas, fand ich immer geil, aber erst mal in die Ecke gestellt. Ja, Lambretta ist wirklich ein Ding hier. Hier steht überall Lambretta. Überall Lambretta, genau. Und ich habe damals bei meinen Eltern noch gewohnt. Und die hatten zum Glück eine große Garage. Und die Garage war komplett unterkellert. Und wir hatten einen großen Öltankkeller, der auf Gasheizung irgendwann umgebaut wurde. Das heißt, das war meine Lackierkabine. Das heißt, das ganze Haus war irgendwie belegt mit Rollern in meinem Zimmer in der Garage. Aber meine Eltern waren sehr, sehr geduldig. Mama und Papa haben mitgemacht? Die hätten in meiner Karriere gerne mal ein bisschen in akademischen Bahnen gesehen. Das ist ja oft so der Punkt, dass Mama und Papa sagen, hör mal Kind, jetzt hast du Abi. Mach doch mal was Anständiges. Genau. Und vor allen Dingen, du musst auch mal eine Familie ernähren. Komm mal klar in deinem Leben. Ganz genau. Aber sie haben immer gesagt, ich war fleißig. Ich habe was nebenbei gemacht. Und ich war nie der Typ, der rumgehangen hat oder sonst irgendwie was. Sondern ich habe immer was getan. Umtriebig. Umtriebig. Genau, was zu machen. So, und dann war mir aber relativ schnell klar, Gastronomie, no way, das ist nicht meine Zukunft. Das ist nicht das, was mich anspricht. Irgendwie die Arbeitszeiten sind zu hart. Und du kannst auch da, wenn du erfolgreich sein willst, kann man relativ schnell auch. Aber du wirst nie derjenige sein, der ein faire Gehälter zahlen wird oder wie auch immer. Es wird immer ein Ausbeuterjob sein. Gastronomie ist bis zur Selbstaufgabe. Du kannst es erfolgreich werden, aber dann ist sehr viel Selbstaufgabe. Ganz genau. So, und dann habe ich gesagt, nö, machst du erst mal weiter mit deinen Rollern aus England. Das hat auch gut funktioniert. Ich bin praktisch jeden Monat nach England rüber gefahren. Hatte da auch gute Kontakte. Bin da auf Teilenmärkte gegangen. Habe Scheibenbremsen gekauft, 200er Motoren und so weiter. All das, was man damals schon gut verkaufen konnte über die Motoretta. Und dann hatte ich mal wieder irgendwelche Roller und dachte so, ja, jetzt brauchst du aber mal einen Teil. Und wann fährst du das nächste Mal rüber? Und dann hatte der Oliver Kluger in der Motoretta inseriert. Lambretter-Ersatzteile, Schlachter-Roller oder wie auch immer. Da guckte ich mir die Telefonnummer an, 002202, Bergschlattbach, so um die Ecke. Habe angerufen und hatte die Tanja am Telefon. Und dann meinte er, ja, Olli, es kann gerade nicht. Aber, ne? Der ruft dich zurück. So, und dann rief er zurück und meinte, ja, was brauchst du? Dann sage ich, ja, hier, ein Lenkkopf unterteilt. Dann meinte er, ja, kein Problem. Ich habe Roller zum Schlachten, da können wir abbauen. Und so kam praktisch unser Kontakt zustande. Ich bin dann, das war nix. Das war eine halbe Stunde, war ich in Bergschlattbach. Und er hatte praktisch, was ich aus England gemacht habe, praktisch Roller geholt und geschlachtet oder Teile verkauft, hat er aus Italien gemacht. Das heißt, seine ganze, er hat damals auch bei seinen Eltern noch gewohnt, der ganze Garten war voll mit Rollern, wo er Teile abgebaut hat. Roller, die er gekauft hat, verkauft hat. Und ich hatte praktisch dieses reduziertes, aber ähnliches Sammelsurium zu Hause stehen mit englischen Kisten. Meine Mutter hätte mich rausgeschmissen. Ehrlich, also wenn ich das gemacht habe, deine Mutter hätte mich rausgeschmissen. Alles easy. Du hast ja, Elternliebe ist ja manchmal sehr ausgeprägt. Also insofern, wir haben sofort gemerkt, wir ticken irgendwie sehr, sehr gleich. Und da hat er gesagt, ja, komm doch mal mit nach Italien. Ich habe keinen Bock alleine zu fahren. Ich habe das Gleiche gesagt, komm mal mit nach England. Sehst du das mal? Ich habe auch keinen Bock alleine zu fahren. Du hast 2, 3, 4.000 Mark eingepackt und seid los. Ja, wir waren immer fleißig und haben halt immer gut Geld verdient durch die Roller an- und verkaufen irgendwie und sind losgefahren, ganz genau. Und mit mehreren EC-Karten oder damals teilweise immer noch Reiseschecks in England. Wollte ich gerade sagen, genau. Genau, am besten auch zur Bank gegangen. Also klassisch, der hat einen Traveler-Check da hingelegt. In Italien war ein bisschen einfacher, weil da waren italienische Lire. Da hattest du nur das Problem, dass die schiere Menge sich limitiert hat. Genau, und so haben wir sind immer häufiger nach England gemeinsam gefahren, häufiger nach Italien gemeinsam gefahren. Und haben dann irgendwann, da hat der Oliver gesagt, so mal, hier, das ist hier in Bergisch Gladbach, mein Schwiegervater hat da in Bergheim so eine Doppelgarage, will die überdachen und er liebt mich und er liebt seine Tochter und da will ich so ein Lahnlokal machen. Hättest du keinen Bock, bei mir anzufangen? Da habe ich gedacht so, wie meinst du das jetzt? Ja, ich stelle dich ein. Da habe ich gesagt, nee, Kollege, mir geht es ja gut. Also ich muss mich jetzt nicht einstellen lassen bei dir, aber wir können das gerne gemeinsam machen. Da hat er gesagt so, ja, aber ich habe ja schon einiges gemacht. Der hatte damals schon vorher, also er war in Bergisch Gladbach, da haben wir das eigentlich schon alles klar gemacht, hatte er aber im Prinzip auch schon indische Roller importiert. Und die indischen Roller, praktisch war der Oliver der Erste in Deutschland, der hat praktisch bei SEL in Indien über den Jain in der Schweiz zwei Container GP200 geholt, hat die vertickt und die standen halt schon hier in Glässen. Hat aber damals noch primär eigentlich Roller aus Italien geholt. Und so hat er gesagt, hör mal, ich habe da extrem viel Auto plus Anhänger, plus die Roller, plus die Teile und so weiter. Da habe ich gesagt so, kein Problem, ich steige mit ein. Und ich war damals solvent und habe gesagt, okay, kein Problem. Man hatte ja auch keine Zeit, das Geld auszugeben. Nein. Das ist ja, wenn du nur geschraubt hast. Genau. Ich habe primär geschraubt. So, und dann habe ich mich praktisch eingekauft in sein Unternehmen. Wir waren ab da 50-50 und haben es ab da gemeinsam gemacht. Und da saßen wir... Und war das 1990, 1991? Nee, der Oliver hat gegründet 92. Das wurde das in der Cologne, so wie es damals so hieß, mit seinem blauen Mercedes-Bus, wo es von Treffen zu Treffen gefahren. Und ich bin da 1993 oder ab 94 haben wir es, glaube ich, gemeinsam gemacht. Und dann sind wir praktisch nach England gemeinsam gefahren, nach Italien gemeinsam gefahren, haben Roller geholt und haben die Teile verkauft. Und wir saßen damals, das war ganz witzig, Olivers Eltern hatten einen schönen Wintergarten. Das war die Ponderosa. Und wir saßen in der Ponderosa drin, der Oliver und ich. Und der Oliver hatte natürlich und ich auch immer beim Rollershop bestellt. Und wir hatten natürlich damals, wie das war, verschickte man natürlich Recycling-Kartons. Man hatte keinen selbstbedruckten Kartons. Der Rollershop hatte keinen selbstbedruckten Kartons und er verschickte seine Ware in den Kartons der Lieferanten. Das heißt, wir bekamen alle Adressen der Lieferanten und haben schon im Rollershop geschickt. Du kacke, echt? Ja, da gab es kein Internet. Du konntest nicht mal eben gucken. Ja, ja, logisch, klar. Wie kommst du an Adressen dran? Und da haben wir noch gesagt, ja, okay. Und da haben wir schon mal einige. Und da saßen wir in der Ponderosa drin mit einer Schreibmaschine. War auch nichts mit Computer. Also wirklich klasse Schreibmaschine, Einfingersuchsystem. Da gab es schon einen Fax, 394. Ganz genau. Wir hatten ja eine Fax mit Thermopapier. Ja, das stand also da, wo das Telefon mit dran war. Das war unser Telefon und unser Faxgerät. Und da haben wir wirklich Briefe noch geschrieben und Faxe geschickt nach Italien. Und da haben wir eben angefangen, Ersatzteile auch zu bestellen. Der Oliver hatte vorher schon bei Giuliani in Verona immer Sitzbänke geholt. Und da fing es halt an, Copini, Zubehör und bla, bla, bla. Alle möglichen Teile. Malossi war hier in Köln zum Glück der Import. Konnte mal direkt holen. Und so haben wir praktisch das Portfolio immer weiter ausgebaut. Und haben dann irgendwann gesagt, okay, wir ziehen nach Glässen praktisch an den Standort. Der Oliver ist mit der Tanja zusammengezogen. Und ich bin weiterhin von Leverkusen nach Glässen gependelt. Und da hatten wir vielleicht die ein oder anderen, kennst du es noch, am Rosengarten Nummer zwei. Das legendäre Ladenlokal, wo man praktisch runterfahren musste. Ja, das kenne ich auch. Genau, es wurde immer voller, voller. Und wir haben immer mehr Garagen dazu gemietet praktisch, so wie jemand irgendeine Garage frei hatte, wo Ware unterbringen konnten. Und es war halt einfach eine saugeile Zeit. Zuerst haben wir es zu zweit gemacht, mit Unterstützung von Achim und Tanja. Achim war der Freund der Familie, der immer nach der Arbeit geholfen hat. Und dann kamen irgendwann die ersten Angestellten, der Andi Köster, der Angelo White, die mitgeholfen haben. Und so wurde das praktisch immer größer. Und ja, war eine super Zeit. Das war so geil. Da war praktisch wie ein Freitag Runbar irgendwo. Da haben wir praktisch Freitag 14 Uhr, klar, uns auf den Roller draufgesetzt, geschlossen wegen Run, kam an die Tür. Und dann war uns das scheißegal. Und am Samstag irgendjemand da stand, der Rollerteile kaufen wollte. Wir waren auf dem Treffen, haben uns amüsiert, haben uns vorlaufen lassen und hatten schöne Zeit einfach. Ja, genau. Montags hatten wir, glaube ich, meistens zu, weil wir hätten ja theoretisch samstags arbeiten können. Jeder gute Friseur hat montags zu. Also hat natürlich auch das Gute, dass der da so. Und sind dann selber noch mit der Arpe die Pakete nach Pro weitergefahren zur Post. Irgendwie haben die da weggebracht und so weiter. Also ganz klassisch, ganz klein angefangen. Und ja, dann eben hochgearbeitet. Die Firma halt aufgezogen dann gemeinsam. Also ich kann mich an dieses Geschäft noch erinnern. Das ist, ich komme ja nicht, oder ich bin ja ziemlich aus der Nähe her. Und das war dann auch schon mal schon Happening, damals zu euch zu fahren. Damals war das aber, man kannte sich vielleicht vom Sehen, aber es war halt sehr distanziert. Was mir halt immer aufgefallen ist, ihr hattet immer geile Roller da stehen. Und ich, das war ja auch so, die waren schon, wenn man das zum Vergleich zu heute nimmt, schon noch relativ günstig. Aber wenn du halt in der Leere bist und so, dann hast du halt auch nicht die Kohle. Und dann hatte ich mir auch noch ein Auto gekauft. Und ich habe dann immer da gestanden, habe nur gedacht, so, oh Gott, was für schöne Mopeds. Ja, und wir hatten schöne. Das war ja damals, der Oliver hatte echt gute Quellen, auch in Italien. Da kam es SX200, GP200, die haben 2500 gekostet damals. T5, ich weiß gar nicht, was wir dafür genommen haben. 1500 oder irgendwie was. Also wirklich traumhafte Zustände. Wenig Kilometer. OLAG, erste Hand, zweite Hand oder sonst irgendwas. ET3 ist geil und so weiter. Wir haben, VBBs haben wir stehen lassen. Wir waren vorher ja wirklich dann immer, alle zwei Wochen in Italien, auf Teilenmärkten auch immer, 8 Zoll hast du gar nicht mitgenommen. Was willst du denn mit dir? Die haben 300 Euro gekostet damals. Viel zu billig. Aber ja, da hast du halt nur die Sahne weggepickt irgendwie und hast nie realisiert, dass das mal auch eine Sprint mal was richtig geiles ist. Den Weitblick hatte, glaube ich, keiner. Nein. Also ich kann mich noch erinnern, ich habe 97 oder so mal bei Ebay ein, zwei Roller verkauft. Da war ich wirklich froh, dass jemand keinen Roten hatte. Da gab es für eine 200er, ich hatte so eine Lilane mit einem Toughspeed, so 10 Mal Lossi. Da habe ich 520 Mark für gekriegt und habe das hart gefeiert, dass die vom Hof gegangen ist. So. Und das wollte keiner haben. Ich habe es mir auch nicht erklären können, aber ja, das war wirklich eine Goldgräberzeit, glaube ich, was die Mobels angeht. Aber Mama und Papa haben nie, also das heißt, Mama und Papa haben nie Geld gegeben? Nein. Dass ihr, ihr habt das alles selber bestellt? Ja. Wir haben da auch, der Oliver, der hat im Prinzip, hat seine Ausbildung damals gemacht als Steinmetz, hat auch danach noch als Steinmetz gearbeitet und hat auch praktisch seinen ersten Roller im Urlaub, die waren am Gardasee mit mehreren Freunden, mit dem Roller, haben da einen Roller gesehen, zu verkaufen am Straßenrand. Und dann ist er, glaube ich, eine Woche später oder zwei Wochen später mit der Tanja zusammen, mit dem Ford, was weiß ich, was weiß ich, kein Fokus, so ein... Escort. Escort-Kombi ist der runtergefahren, hat den Roller auf den Dachgepäcktrecher geschnallt, ist wieder zurückgefahren, hat den TÜV drauf gemacht, fertig gemacht und mit ein bisschen Gewinn verkauft. Ich sage jetzt mal 200, 300 Euro vielleicht. So, und dann das nächste Mal hat er dann zwei Roller mitgebracht und so hat sich das Land reingenommen. Das Geld hat nicht versoffen oder sonst irgendwas, sondern beiseite gelegt und wieder gekauft. Beiseite gelegt und wieder gekauft. Also da kann man tatsächlich sagen, das ist so wirklich handgemacht, self-made. Da hat keiner irgendwas reingesteckt, wir haben nichts geerbt oder sonst irgendwie was. Wir haben einfach, wir waren fleißig und haben praktisch das Geld beiseite gelegt, was wir verdient haben und haben da praktisch immer wieder rein, rein, rein und das haben wir die ganze Zeit, solange wir das Geschäft gemacht haben, wir haben da immer wieder alles Geld, was wir verdient haben, ins Geschäft reingesteckt und mehr Teile gekauft, mehr Roller gekauft und das war, ja, wir waren, was hast du damals gebraucht? Ja, da bist du ja nicht essen gegangen oder sowas. Ja, da sind wir, da haben wir bei der Tanke mal eine Cola kaufen, boah, bei den Preisen, nee, da fährst du von der Autobahn runter beim Aldi und du sitzt bei den Italien bis in den Supermarkt reingegangen, hast dir dein Brot gekauft und dein Käse und ein bisschen Schinken und saß da halt rum und hast im Auto gepennt oder sonst irgendwie was. Das war ja ganz low budget und immer einfach und wir waren ja geerdet. Ja, ja, ich glaube, so kann das aber dann auch funktionieren, wenn du eine vernünftige Basis hast. Also, wenn du für den Erfolg, den du dann auch generierst damit, wenn du dafür ja selber arbeiten musst, dann hat man auch noch eine andere Wertschätzung. Wann hat Mama denn gesagt oder Papa denn gesagt, hast du Jut gemacht, oder gab es das gar nicht? Oder haben die immer noch gesagt? Na, sie haben sich halt relativ, sie konnten mir ja nichts vorwerfen, ja. Nein, nein. Ich habe ja gearbeitet, ich habe ja Geld verdient und Steuern bezahlt. Steuern bezahlt, dann war krankenversichert und so weiter und habe ja, irgendwann haben sie halt mal realisiert, oh, das scheint zu laufen. Die waren am Anfang natürlich, meine Mutter musste mit meinem Vater reden, dass sie mir nicht den Kopf abhakt. Ja, der war überhaupt nicht begeistert davon, weil eigentlich, ja, bei uns haben sie alle studiert und der fand das natürlich überhaupt nicht gut schon, der fand meine ersten Ausbildungen schon nicht so richtig cool und hat mir noch gedacht, ich würde mal den Weg finden, irgendwann mal wieder so schlau sein, vielleicht noch mal die Universität besuchen, ganz genau, und hat dann gesagt so, okay, das ist jetzt dein Leben, das musst du wissen, aber du weißt ja, und gerade Partnerschaft fand er auch nicht so cool, weil mein Onkel selbstständig war und der hat das in der Partnerschaft erlebt, dass das auch nicht gut gehen muss und hat gedacht so, okay, du hast nicht viel zu verlieren, ist dein Geld, das hast du mit Rollern verdient, dann machst du auch mit Rollern kaputt. So, das war so seine Aussage. So, und ich war auch noch jung genug mit 23, 24, hat er gesagt, ist ja nicht weiter schlimm. So, und dann lief es aber eigentlich. Ja, das ist ja das, was man immer so gehört hat, diese Schauermärchen von anderen, der war selbstständig, hat es vor die Wand gefahren und so, sagen wir mal, einer von zehn fährt was in die Wand, das wird dann halt durch den Bekannten- und Familienkreis, man hört das, ah, das kannst du nicht machen und so weiter, aber von denjenigen oder von den Menschen, wo es gut funktioniert, dann hört man dann halt relativ wenig und deswegen kommen dann, meine Mama und mein Stiefvater waren genauso, also die hätten mich wahrscheinlich nicht weggesperrt, die hätten mich so lange eingesperrt, bis ich vernünftig, ihrer Meinung nach, vernünftig geworden wäre. Also das ist, aber wenn sie dich machen lassen, dann ist es ja auch gut. Ja, und sie haben ja letztendlich gesehen, also meine Schwester ist den anderen Weg gegangen und hat die mega akademische Ausbildung gemacht mit weniger Erfolg. Also insofern haben sie auch gesagt, okay, muss auch nicht der richtige Weg sein jetzt. Und ja, also insofern, nö, also die fand es dann irgendwann auch okay, fand es auch cool und als sie dann gesehen haben, es ist auch nicht so eine Eintagsfliege, es hat bestanden, es wird aufgebaut, es kommen Angestellte dazu, wir haben einen Plan, wir haben eine Idee, wobei wir da nie einen Riesenplan hatten, sondern eigentlich mehr vor uns hingefrickelt haben, aber es war halt, ja, erfolgreich und wir haben halt gearbeitet. Ja, und diese, 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 dieses Wachstum, was ihr da generiert habt, irgendwann war ja auch der Punkt da, wo du gesagt hast, wenn du in das Ladenlokal reingegangen bist, bist du ja irgendwann dann nur noch über Kartons, überzeugt rüber gestiegen. Und wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, das ist ja auch immer mit, ihr wart dann gegenüber, Genau. Ihr wart gegenüber, das war der nächste Schritt, aber wer war denn dann die Triebfeder, war euch klar, jetzt müssen wir größer werden, jetzt müssen wir? uns war klar, wir müssen da raus, ne, wir konnten ja nicht mehr, also das ging einfach nicht, es kamen die LKWs, die standen Schlangen, wir wussten gar nicht mehr, wohin damit, ja, und dann haben es morgens rausgeräumt und dann irgendwann haben wir ja auch, auch keine Zeit mehr gehabt, nach Italien zu fahren oder nach England, wir konnten ja gar nicht, wir haben so viel mit Ersatzteilen gemacht, dass wir, das war ja noch eine geile Geschichte, früher gab es ja Kataloge, ja, und da war ja praktisch Nordspeed in Deutschland, dann der Zülke im Prinzip noch in Hamburg und der Rollershop, das waren ja so die, also der Zülke und der Nordspeed, das waren ja praktisch so die Rubeluzzer, die gesagt haben, hier, wir kaufen in England die geilen Tümin-Sachen ein und nicht nur Italien und das war alles cool und wir haben dann natürlich auch immer gesagt, wir brauchen auch einen Katalog, so, und da waren wir wirklich damals in Deutschland, der Rollershop, der kränkelt, nicht kränkelt, aber der war schon groß geworden, aber man hat irgendwie gemerkt, es gab Platz für uns auch noch, ich sag erstmal das Scooter Center, es gab die Projetis in Köln noch, die hatten Katalog und die Rollerzentrale, so, und wir haben relativ schnell Kataloge gemacht und ganz klassisch noch, also wirklich Schreibmaschine getippt, da haben wir uns gebrauchten Kopierer gekauft, es standen abends da wirklich, an Kopierer haben die Kataloge kopiert, selber geheftet irgendwie und mit der Post rausgeschickt und es waren einfach nur Tabellen, die wir woanders abgeschrieben hatten letztendlich, also mit unseren Sachen, die Preise waren auch mehr oder minder gewürfelt, aber so eine grundlegende Kalkulation gab es nicht, sondern es war, wir wollen ja 20% inklusive Mehrwertsteuer, gilt bis heute, so, und das war eigentlich so, aber es war einfach, die Leute haben mich schnell und die haben es einfach, die fanden es geil, dass man kommen konnte und sie kannten es am Telefon und vom Treffen und so weiter, also es war einfach eine gute Beziehung da und es war authentisch und wir haben immer mehr Ersatzteile gemacht und hatten keine Zeit mehr nach Italien zu fahren, um Roller zu kaufen eigentlich, weil Roller war natürlich die Geburtsstunde des Geschäfts, aber irgendwann wurde es auch schwerer, Roller zu finden, du bist nicht hingefahren, du hast 15 Roller aufgenommen, warst wieder weg, du bist hingefahren, sieben standen da und die anderen kamen Domani, Dopodomani, oder die Italiener können das ja immer weiter nach hinten zu fahren und das hat dann irgendwann auch keinen Spaß mehr gemacht und war einfach nicht mehr rentabel und wir hatten zu viel mit den Ersatzteilen auch einfach zu tun und dann waren irgendwann natürlich die Entscheidungen, was machen wir jetzt, dann haben wir uns Mietobjekte angeguckt, auch Köln Innenstadt, haben wir zum Glück nie gemacht, weil natürlich damals ist jeder frisiert gefahren, also die kamen ja zu uns, die Leute, offene Vergaser, laute Auspuffanlagen, haben wir ja alle gemacht irgendwie und in Köln der Innenstadt war natürlich die Schmiere auch schon unterwegs, das hätte mehr kontraproduktiv gewesen. Also du kannst mich ja gerne verbessern, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube zu unserer Zeit, Anfang, Mitte 90er, ich kenne nicht einen Roller, nicht einen, aus meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, der damals original gefahren ist, ich kenne nicht einen. Also es war eigentlich, wie du sagst, das wäre eine Frage der Zeit gewesen, wenn die Bullen hätten sich da hingestellt, hätten dann wie auf Frühstücksbuffet die Leute abgegriffen. Ganz genau. Und wir sind ja praktisch ganz normal klassisch als Einzelhandel gestartet, also der Versandhandel hat dann relativ früh angefangen, aber wir waren ein ganz klassisches ja Countergeschäft, also Lahntheke, Beratung und so weiter und da wäre natürlich, wenn die Leute nicht mehr hätten kommen können, wäre es tödlich gewesen. Und dann, ich weiß nicht, wie es kam, irgendwie hier in Glessen, hier ist es, das Gewerbegebiet wird erschlossen, da werden Baugrundstücke angeboten für Glessener Unternehmen, relativ günstig. Und ich weiß, wir haben damals hier, ich glaube drüben, 80 Mark für einen Quadratmeter bezahlt oder sowas. Also es war echt günstig und haben dann praktisch mit dem Architekten von Tanjas Vater, mit dem Befreundeten, diese Halle uns da hinbauen lassen und es waren, ich glaube, 400 Quadratmeter Grundfläche auf zwei Ebenen, also 800 Quadratmeter Grundfläche. Ich kann die Halle von hier aus sehen. Wir haben gedacht, was machen wir mit dem ganzen Platz viel zu groß und so weiter und hatten einen Sozialraum für fünf Leute da gebaut irgendwie. Wie lange dauert das, bis das voll war? Bis das zu voll war? Das hat gemacht, ja? Ne, 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 ne. Wir haben am Anfang noch vermietet oben. Ah, okay. Wir hatten, das war ganz witzig, da gab es also keinen Lastenfahrstuhl oder sonst irgendwie was und wir hatten eine Ameise, damit haben wir die Sachen nach oben gebracht und oben stand eine Doppelstockameise. Genau, oben standen dann Palettenregale und wir hatten damals natürlich auch echt viele Fahrzeuge und auch Ape. Dann haben wir praktisch die Apes auf den Arsch gesetzt, haben die mit der Ameise hochgefahren, dann kippte das Vorderrad nach oben auf die zweite Ebene und da haben wir die Dreiräder dann praktisch nach oben gezogen. Jede Berufsgenossenschaft hätte sich gefreut, das zu sehen. Mega geil, mega geil. Und dann war praktisch in der Mitte Palettenregale mit den Rollern rechts und links in Ersatzteile. Da haben wir früher, Tanjas Bruder, der hatte eine Band, die haben dann auch geprobt, wie viel Platz hatten wir am Anfang, aber nach einem halben Jahr waren die auch schon raus und das ging also echt relativ schnell und dann waren wir, wir haben gebaut, lass mich mal überlegen, wir sind 2008 hier rübergegangen, ja, da muss das so 98 gewesen sein, ungefähr 99 und dann kam relativ schnell die Automatikroller bei Vespa. Da fing das plötzlich an, dass Automatikroller ein Thema wurden. Vorher war ja ganz klassisch Vespa Lambretta, das war's und plötzlich fing Piaggio an, die Sphäre rauszubringen. Das war 93, 94, dann kam die TPH, wurde immer größer, immer mehr, jeder jugendliche, ganz schlimme Moppet. Jeder kennt diese Geräusche, das Dauersummen. Aber da merkte man auch den klassischen Bruch in der Jugendkultur. Damals wurde es ja schon hart angeguckt, als du eine PK50 XL2 hast, da war ja der Plastikanteil schon relativ hoch. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mich auch habe anpesten lassen müssen wegen meiner PK50 XL2. Die haben sie mir sogar von der Disco mal weggetragen. Und dann kam dieser Bruch zu den Automatikrollern, was aber dann in dieser Zeit-Epoche, das ist aber auch explodiert. Das ist explodiert. Also die schiere Menge an Automatikrollern. Da muss ich das überlegen, 93, 94 kamen die ersten Piaggio Automatikrollern, da waren wir im alten Laden noch unten in der Garage. Da sind wir in der Italien gefahren, zu irgendeinem Händler haben fünf Sferas gekauft oder sowas, und die mit ein bisschen Kleingeldaufpreis verkauft. Weil wir dachten, okay, wir müssen ja auch gucken, wie geht es jetzt weiter? Wenn alle Automatik fahren wollen, wir wollten ja weitermachen. Strategische Geschäftsentwicklung. Genau. So, und dann ist das irgendwann so durch die Decke gegangen, dann war das ja praktisch wie eine Sucht für die Jugendlichen. Da ist ja jeder Automatikroller gefahren. Aerox, Speedfight, wie sie alle hießen. Und das ist, also es hat unser Geschäftsmodell komplett verändert. Also wir waren damals dann plötzlich mehr Automatikroller als Schaltroller, weil auch die Schaltrollerszene irgendwie in so einem Winterschlaf verfallen ist oder wie auch immer. die Leute waren in so einem, sag ich mal, auch wir waren ja in so einem Alter drin, da baust du eher Karriere auf, Familie baust du auf, du kümmerst dich um deinen Job, schaffst dir vielleicht eine Eigentumswohnung, ein Haus an, Spaß. Genau. Der Roller war nicht mehr das zentrale Bestandteil deines Lebens, sondern er wurde weggeschoben und geparkt. Das hast du wirklich bei vielen gemerkt. Der Roller war schon noch präsent. Ich hatte auch viele Jahre eine Kiste oder zwei sogar in der Garage stehen. Die habe ich dann auch irgendwann, weil ich sie einfach, weil sie einfach da lagen, verkauft. Da fand, wirklich, wie du sagst, du hast die Lehre gemacht, du bist in den Job gegangen und hast dann erstmal versucht, dir nicht eine Karriere aufzubauen, aber ein Leben aufzubauen. So standardmäßig die erste eigene Wohnung. Dann hast du dich gesettelt, dann kam vielleicht noch die Bundeswehr dazwischen und dann trat das Rollerfahren. Ich bin dann auch klassisch aufs Motorrad gegangen, ich persönlich, weil wenn du vom Zweirad kamst und Zweitakt und für mich persönlich war dann der nächste Schritt zum Zweitaktmotorrad, RD und so weiter, was dann da kam. Da hast du auch den Fokus nochmal verzogen, für dich, dass du sagst, die Zweitaktmotorräder, aber die Jugend, die danach kam, da hattest du wirklich das Gefühl, Blech ist komplett scheiße, jetzt geht nur noch Automatik. Nur noch Automatik und die waren so krank, das war so eine geile Zeit, muss man auch sagen. Es war trotzdem natürlich technisch super anspruchsvoll, die Jungs haben Vollgas gegeben, die haben auch ihr ganzes Geld da rein investiert. Es wurden Sachen umbauten gemacht, das war dann die glorreichsten Zeiten von Scooter Attack damals, da haben die den Nürburgring vollgemacht, da haben die Scooter Weekends gemacht mit 80.000 Leuten, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Wir haben den Flughafen in meiner Zahl gemietet, paar Mal, und haben da Beschleunigungsrennen gemacht, über Pfingsten mit ein paar tausend Leuten. Wir hatten Feuerwehrautos, zwei Stück, wo wir das ganze Equipment immer mit transportiert haben, eine Ampelanlage, fahrbare Prüfstände im Anhänger drin, den gibt es heute noch. Und wir haben da richtig, richtig Gas gegeben und haben uns mit Scooter Attack gebettelt, immer so, wer macht die besseren Veranstaltungen. Und es war Wahnsinn. Und Scooter Attack, die sind durch die Decke gegangen. Das war Wahnsinn. Die haben ja auch klein angefangen bei uns. Ich weiß, da war der Thilo und der Andreas damals, kam bei uns noch in die Garage und hat der Thilo sich noch nicht die 5 gekauft. Und ein paar Jahre später war das der größte Rollerladen der Welt. Und es war unfassbar, was die auf die Beine gestellt haben. Und das war eine Zeit auch innovativ, wo wir dann auch irgendwann anfingen, nach Taiwan zu fahren und selbst einzukaufen. Da fing das ja auch mit dem Internet. Das war ja dann zum Glück schon so. Ein Online-Shop kam ja, der Thomas bei uns angefangen hat, der hat in der Garage angefangen, der hat Grund bei uns reingebracht. Der hat gesagt, Jungs, das geht nicht mehr so. Der Computer ist nicht nur zu Passionen legen da. Wir haben also wirklich keine Kunden da. Okay, legen wir mal bis Passionen. Und der hat dann mit Artikelnummern angefangen und Lagerorten, den ersten Online-Shop selbst geschrieben und hat dann wirklich auch mal einen Grund in den Laden reingebracht, weil der Oliver und ich da auch eher mal so ein bisschen easygoing waren. Und der Thomas ist zum Glück heute noch... Das hatte aber funktioniert zu der Zeit. Ja, ja, das hat funktioniert. Und das war genau der Richtige, der uns dann begleitet hat und unterstützt hat. Der Thomas ist auch heute noch ein ganz, ganz wichtiger Mitarbeiter bei uns. Und ja, das war einfach genau der richtige Zug, den wir gemacht haben. Und das war die Automatik-Szene, hat dann auch geknallt ohne Ende. Schaltrolle war einfach so im Winterschlaf drin. Und 2,8, also wir waren dann so voll, dass wir auch schon wieder Außenlager hatten, einen eigenen Lkw immer zum Außenlager und Ware hin und her. Und wenn die Container kamen, es war auch ruckzuck wieder viel zu klein, das Gebäude, haben gesagt, okay, wir bauen. Weil in diesem Gewerbegebiet das Grundstück, wo wir uns heute befinden, frei war, haben wir gesagt, okay, es geht weiter, es geht voran. Wir bauen hier noch mal eine Halle drin, haben praktisch das Grundstück damals gekauft, haben die Halle nur zur Hälfte gebaut, sind hier eingezogen, haben ein Wochenende von drüben hier hin und wir haben montags wieder verkauft. Da weiß ich noch, war der 3. Oktober-Takt der Deutschen Einheit. Wir haben praktisch bis Mittwoch abends verkauft, ab Donnerstag morgens war praktisch vier Tage, wir hatten Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, haben uns mehrere Gabelstapler geliehen und sind praktisch nur die Ware von drüben hier hin, komplett hier den Laden einrichten mit neuen Lagerorten, komplett die Logistik neu aufgebaut in vier Tagen. Das war Nacht- und Nebelaktion und montags haben wir wieder verkauft. War also wirklich eine saugeile Teamleistung, muss man einfach sagen. Haben die Jungs toll organisiert und ja, dann saßen wir in tollen Büros, riesengroß, riesengroße Logistik mit Fließbändern und allem möglichen und das Telefon klingelt nicht. Und wir haben gedacht so, ist der Anschluss hier kaputt im Gebäude? Was ist hier los irgendwie? Nicht dein Ernst. Geht's noch, ne? Was ist, warum klingelt das Telefon nicht? Und wir hatten ja wirklich investiert, wir hatten uns richtig verschuldet bis unter das Dach. Das ist, als ich das erste Mal das Gebäude gesehen habe, habe ich gedacht, oh. Ja. Ich meine, der Kernansatz ist ja, du musst Platz schaffen. Ich meine, die Steps, die gemacht worden sind, das waren immer Expansionen, was sein musste. Aber heute, sagst du wahrscheinlich, ist es im Grunde, ich weiß nicht, aber es ist im Grunde jetzt wieder schon zu klein. Ja, klar. Wir sind jetzt mehr als am Limit. Also wir müssen, wir haben jetzt schon wieder ein Außenlager und wir können gar nicht die Ware immer annehmen und müssen sie zwischenlagern. Und damals war es wirklich 2,8 und da ist die Frage, was ist da passiert? Aber da ist die Automatik-Szene komplett zusammengebrochen. Die Kille ist plötzlich... Die Generation, das ist wieder genau dieser Generations-Snap, der weg war. Du hast es da liegen, das ist meine Theorie, ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist. Das Smartphone war 2 Jahre alt geworden und wurde von den Eltern in den Kitties übergeben. 2007. 2007, 2008. Und plötzlich haben die Kitties gesagt, egal, ich habe ein Smartphone, wozu soll ich mich auf den Roller setzen? Ich kann ja mit den Kollegen mit dem Smartphone kontakten. Ich kann ja mittlerweile alles online machen. Das war ja noch Zeit, Studi4Z, Schüler4Z. Wer kennt wen? Genau. Gab es irgendwann mal den Punkt, das ist ja, du bist ja auch sehr euphorisch und du bist, also ich kenne nicht wirklich viele Menschen, die so lange ein eigenes Geschäft betreiben, die mit so viel Enthusiasmus und so viel, ich kriege das ja mit, das ist ja nicht gespielt. Du bist ja, du steckst ja so hart in dem Thema drin und du kannst dich heute noch über jeden Roller freuen, aber gab es nicht irgendwann mal einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt könnt ihr mich alle am Arsch legen, jetzt schmeißt die Scheiße hin? Gab es das nicht, wo ihr da gesessen habt, wo ihr gesagt habt, wie jetzt zum Beispiel das Telefon klingelt, dass du sagst, jetzt geht es hier den Bach runter? Also du hast ja gar keine Wahl. Du bist ja als Selbstständiger, blöde Spruch, selbstständig, aber du hast investiert, wir haben uns verschuldet, bist unter die Decke, was sollten wir machen? Wir konnten gar nicht anders. Das Gebäude gehörte ja uns, wir mussten die Kredite abtragen, das alte Gebäude war nicht verkauft, das heißt, wir hatten zwei Gebäude und das war ja Finanzkrise, Lehman Brothers 2008. Da war ja rein wirtschaftlich in Deutschland auch nichts zu, du konntest ja nichts holen. Wir haben versucht, das Gebäude zu verkaufen und sind immer nur runter, runter, runter und haben nur gedacht, wir müssen jetzt irgendwie voran, haben dann Käufer gefunden, aber jetzt ist das schon mal weg und haben dann gedacht, okay, jetzt müssen wir Gas geben und genau in dem Moment, 2007, 2008, wo wir hier, da haben wir auch Geld mitgebracht in die Firma, das praktisch, was wir uns vorher mal beiseite gelegt haben, mussten wir zurückbringen, die Gehälter bezahlen. Ja, scheinlich immer nur die Sonne. Nein, scheinlich immer nur die Sonne. Also wenn jemand glaubt, du stapelst zu Hause die Kohle, das ist hier alles wieder drin. Genau, also 2007, 2008, das waren Jahre, so zwei Jahre, wo wir auch echt Lehrgeld bezahlt haben und dann zum Glück kam genauso, kannst du sagen, ja 2009, 2010, ist das mit der Vespa wieder durch die Decke gegangen. Die ganzen Leute waren wieder in der Zeitraum, wo sie gesagt haben, egal, die Hütte steht, die Kinder sind, machen nicht mehr in die Windeln, ich will jetzt auch mal wieder an mich denken und wieso, ich kaufe mir mal wieder eine und dann gab es die Rolle auch noch günstig. Da hast du noch eine PX80 gefunden für 600 Euro in der Garage oder sonst irgendwas und dann hat die Szene so eine Fahrt aufgenommen, da ist wieder richtig, jeder ist zurückgekommen, es sind auch immer noch, auch jüngere Leute, vielleicht ein bisschen ungeschickt, aber mehr die alten Leute zurückgekommen. Weißt du warum? Solvent zum Glück, hatten alle wieder ein bisschen Kläte, hatten einfach wieder Bock, auch was zu machen. Genau, genau das war das, das ist meine Denke bei der Sache. Für uns war Rollerfahren damals immer auch verbunden mit, du musstest irgendwie das Geld generieren. So und jetzt hatten wir, die Vespa war für uns ein Thema der Freiheit, für dich auch, du bist zu Runs gefahren, du bist zu England gefahren, was auch immer, du hast dieses Stück Metall benutzt, um frei zu sein. Hattest aber im Grunde keine Kohle. Du hast vom Aldi gesessen, hast deinen Hansa-Pilz gesoffen, du hast dir Brot irgendwo gekauft und das lief alles irgendwie. Und dann kommst du an den Punkt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus, das Haus steht, du hast Zeit für Hobbys. Du kannst dir wieder ein bisschen, ja, was soll ich sagen, Freiheit und dieses Gefühl zurückholen. Und dann sind viele, ich auch, in die Garage, haben die Garage aufgemacht, haben gesagt, da war noch mal was. Guck mal da, komm mal her. Und dann hast du die Zeit auch gehabt, dich diesem Hobby wieder zu widmen. Und das ist genau, wie du sagst, das hat, ich glaube, so den, ja, 2010, 11, 12 ging das so richtig los, 13, 14, hat das dann eine Dynamik erreicht, wo auch wieder Geld in diese Branche. Ja, und das Schöne war halt, es ist auch zeitgleich so viel Innovation in den Markt gekommen. Die Leute waren ja auch alle, ich sag jetzt mal, die Leute aus der Szene hatten auch alle eine gute Ausbildung gemacht oder viele, ja. Da waren ja Ingenieure plötzlich dabei, die sich mit dem Thema Roller, sag ich mal, auf einem ganz anderen Level auseinandergesetzt haben als noch vor 2010 oder vor 2012, ja. So, und die haben ja richtig, weil überleg mal, was alles auf den Markt gekommen ist. Man hatte ja praktisch diesen, ich weiß auch, wo wir zu Lieferanten, alle nur Automatik, Automatik, Automatik. Wenn wir da anfingen mit unserer alten Vespa, ah, da gibt's nicht alles tot im Markt, nur Automatik, Automatik. Und plötzlich, wenn du überlegst, was auf den Markt gekommen ist, Malossi, neuer Sport, M.A.R., Polini-Alu-Zylinder plötzlich. Wir haben mit unserer Eigenmarke gesagt, so, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil es hier nichts gibt und haben dann auch nochmal wirklich überlegt, was können wir denn machen? Warum gibt es für Lambretter keine Stoßdämpfe adäquat? Warum gibt es so diesen scheiß Bitubo, der hat noch sieb alle zwei, drei Jahre und nicht dort hinten, ja. Und das war eigentlich so diese Zeit, wo unwahrscheinlich viel neu gemacht wurde, was natürlich mega geil ist. Also sonst wären wir auch heute nicht bei dieser Leistung, die jetzt normal ist eigentlich. Da lass mich mal einhaken, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Irgendwann, weil sich viel auf die Automatik konzentriert haben, ist auch viel vom Blech weggegangen. Das heißt, es wurde, es gab, was es gab, gab es halt noch, die Leute haben das auch noch produziert. Polini Graugustelender. Den Polini Graugustelender gibt es den seit 1980 und verändert den Graugustelender, den gibt es ja heute noch. Wann hast du, und vor allen Dingen auch der Weg dahin interessiert mich, es gab die Eigenmarke, BGM. War das aus der Not der Verzweiflung heraus, zu sagen, es gibt es einfach nicht mehr, wir müssen selber was auf die Beine stellen? Oder hast du gesagt, ich will das, was existiert, besser machen und auf ein neues Level heben? Die begann im Automatikzeitalter eigentlich und war für uns im Prinzip eine Möglichkeit Ware, die wir jetzt selbst importiert haben, erst mal zu verpacken und dem Kind einen Namen zu geben. Als der Automatikmark aber eigentlich wegbröckelte und wir einfach die Mengen auch nicht mit den Teilwarnen abrufen konnten, hatten wir praktisch diese Marke gemacht, überlegt, was machen wir jetzt damit? Und da kam natürlich die Idee, okay, was gibt es denn noch nicht? Was wird denn die ganze Zeit von ganz vielen Leuten noch gar nicht bespielt? Warum macht sich, wo vielleicht für uns eine Lücke ist, wo wir wirklich sagen können, das müsste es eigentlich geben, weil die Leute wollen es doch. Und so fing es im Prinzip mit den Stoßdämpfern ja an. Wir haben ja Lambretta hinten als allererstes gemacht, da gab es damals nichts außer dem Bitubo. Unser Bitubo, den hast du praktisch in England gekauft beim RF Race Speed und der wurde immer unnicht, du konntest ihn einschicken, alles nicht so easy. Und das war, glaube ich, eins unserer ersten Produkte im Schaltrollerbereich. Und dann kam es praktisch immer mehr, dass wir uns überlegt haben, okay, was gibt es nicht? Wo können wir hin? Wir haben einen super Stoßdämpferhersteller und sind ja dann durch die ganze Range für Stoßdämpfer durchgegangen und haben alle Modelle gemacht, irgendwann alle Modelle auch mit TÜV gemacht. Und ich würde mal sagen, die BGM-Stoßdämpfer sind eigentlich im Schaltrollerbereich immer noch eine Referenz oder zumindest eine der Marktführer, weil sie einfach irre gut funktionieren. Sie sind einfach ein sauso geiles Produkt seit Jahrzehnten und funktionieren einfach, sehen gut aus und sind... Das ist die Benchmark. Genau. Wenn du den BGM-Stoßdämpfer, ist egal, ob du einen Sport oder einen Competition nimmst, wenn du den einbaust und hast vorher die Lutschpinne drin, die auf der Stadt... Man merkt es. Ja, es ist... Und selbst bei der GTS, also selbst bei der GTS, ich weiß nicht, warum es Piaggio nicht auf die Kette kriegt, vernünftige Stoßdämpfer, was natürlich gut ist für euch, weil du natürlich den Markt mit besseren Produkten bespielen kannst. Aber es ist wirklich traurig, zu sehen, was da original verbaut wurde und mit was wir auch zeitweise, dann ging ja auch die Leistung immer höher und du hattest da einen Original-Stoßdämpfer drin und wenn du dann auch auf Scheibenbremse umgerüstet hast, oh Herr, hilf! Ja, jetzt kannst du ja vernünftige Stoßdämpfer verbauen und diese... quasi diese Eigenmarke BGM heißt übrigens, glaube ich, Bergheim, ne? BGM, also... Gibt es viele Interpretationen. Bergheim, Glässe, Moses, Black Gorilla, Mafia, alle möglichen Varianten kennen wir davon. Wie kam es zu dem Namen BGM? Willst du die Katze aus dem Sack lassen? Das bleibt unser Geheimnis. Ehrlich? Also ich wurde auch schon aufgerufen, was heißt BGM eigentlich? Und BGM, Bergheim, das liegt natürlich nahe, ja? Aber das lässt du nicht raus. Okay, schade. Also es hätte wahrscheinlich nicht nur mich interessiert, aber wahrscheinlich noch ein paar andere Leute. Aber... Nein, es kam halt einfach darauf, man muss sich überlegen, die Leute, die die Firma mit aufgebaut haben, waren ja nicht nur der Oliver und ich. Das sind ja der Alex, das ist der Uwe, das ist der Philipp, die Leute, die uns seit 10 Jahren, 15, 20 Jahren begleiten, die ja auch alle Roller fahren. Der Uwe fährt jeden Tag bis heute mit seinem verfluchten Roller von Leverkusen hier nach Bergheim. Der beste Conversion-Tester überhaupt. Unfassbar, ja? Also unfassbar. Und die fahren natürlich auch die ganze Zeit und sagen, boah, warum machen wir nicht das? Warum machen wir nicht das? Das fährt sich scheiße, das ist scheiße, das gibt es noch nicht Gutes oder wie auch immer. Und so sind natürlich einfach unwahrscheinlich viele Produkte entwickelt worden, wo wir selber gesagt haben, Mist, da gibt es nichts, das stört uns jetzt einfach, das wollen wir besser machen. Leichtes Lüfterad am Bräter, ja? Da gab es früher nur die, von Ducati praktisch, den auf Race-Speed-Zündung, da sind wir hingegangen und haben bei PVL in Deutschland ein schweres Lüfterad machen lassen. Weil wir einfach gesagt haben, der Tourenfahrer will halt einfach ein schweres Lüfterad und nicht dieses 800 Gramm oder 1100 Gramm Lüfterad, und da kam vieles einfach aus der eigenen Not, aus der Begeisterung einfach und haben praktisch die Sachen gemacht, die wir machen wollten, die wir selber fahren wollten. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da möchte ich eigentlich auch echt mal drauf eingehen, weil das ist etwas, was ich glaube, auch der Community nicht so wirklich klar ist, was es für euch bedeutet, Eigenprodukte zu entwickeln, auf den Markt zu bringen, auch wie viel Innovationswille, wie viel Invest und vor allen Dingen auch wie viel Geduld dazu gehört. Weil es ist, und das wissen, weißt du noch viel besser als ich, es ist natürlich im Internet auch immer schnell geschrieben, das Produkt ist scheiße. Insbesondere auch, wird es auch dann oft gemacht, wenn vielleicht auch ein Handhabungsfehler ist, du kriegst halt auch immer viel ab, wofür du gar nichts kannst und musst dir viel auf die Karte schreiben lassen, wo du überhaupt keine Aktien dran hast. Ich sage mal, wenn jemand die Kurbelwelle mit dem Hammer ins Gehäuse kloppt, kannst du nicht davon ausgehen, dass die noch rund läuft. Aber wenn dann die Kurbelwelle sich verdreht, dann war die Kurbelwelle halt scheiße. Und das ist so ein Ding, wo ich gerne mal mit aufräumen möchte. Und ich würde gerne mal auch die Leute so ein bisschen teilhaben lassen. Ich kriege das ja noch ein bisschen mehr auch von dir mit, was ihr da an Zeit, Liebe und auch an Geld reinsteckt, um diese Produkte zu entwickeln. Ich kann mich an das Thema erinnern, da wo die Stoßdämpfer, kannst du dich auch noch dran erinnern, wo dieser O-Ring, dieser kleine Scheiß-O-Ring, dieses Produkt, dieses Produkt, was einfach kaputt war, nicht gut war, wo die Stoßdämpfer einfach in der Packung ausgelaufen sind, wo du ja gar nichts für kannst, wenn der Hersteller vielleicht eine schlechte Charge verbaut. Wie ist es für euch, oder was für ein Aufwand ist es für euch, diese Produkte zu machen? Du, der trifft halt immer wieder der Spruch, wer nichts macht, macht auch nichts falsch. Das ist das allereinfachste, sich zurücklehnen und motzen, das ist immer leicht. Aber egal, was wir machen, wir haben ja immer den Anspruch, es soll natürlich perfekt sein. Und wir versuchen wirklich, wir haben ein Qualitätsmanagement aufgebaut, wir haben einen eigenen Qualitätsmanagement, der sich nur um diese ganze Qualität der Produkte kümmert. Es ist alles tot dokumentiert, wir machen Lieferantenbewertungen vorher und schauen uns wirklich die Lieferanten an, können das, bringt das was. Aber auch da arbeiten nur Menschen. Und gerade bei diesem O-Ring zum Beispiel, bei diesem Stoßdämpfer, wir haben den jahrelang verkauft. Ich weiß nicht, wann das Problem aufgestellt hat. Ich glaube, nach sieben oder acht Jahren. Und der hat einfach, das sind ja O-Ringe, die aus Japan kommen und die waren nicht lieferbar in dem Moment. Wir haben aber so gepusht und haben gesagt, wir brauchen Stoßdämpfer, weil wir immer ausverkauft waren. Und dann ist er auf einen anderen O-Ring-Hersteller hingegangen. Wahrscheinlich die gleichen Spezifikationen im Datenblatt. Im Datenblatt, das gleiche Material und, und, und. Aber wie immer der Teufel sitzt halt im Detail. Dieser O-Ring war nicht sofort undicht oder wie auch immer. Wir machen ja auch immer Proben. Bei jeder Sendung, die kommt, wird verprobt. Du konntest es aber nicht simulieren sofort. Es trat im Fahrbereich dann irgendwann auf. Und wenn irgendeiner mit 120 Kilo drauf sitzt und nicht mehr irgendwie nur, wenn wir sie mit der Hand zusammendrücken oder mit der Maschine. Und dann hast du einfach, ich weiß nicht, wie es war, es war, glaube ich, ein Container voll oder sonst was, Stoßdämpfer, die hier waren, die wir zurückrufen mussten, die komplett zurück zum Hersteller gegangen sind. Ein Aufwand beim Zoll, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir konnten nichts verkaufen. Der Hersteller hat auch nur gesagt, ich kann euch nicht einen kompletten Containerstoß einfach neu liefern. Ich muss die zurückhaben, reparieren, komplett zerlegen, austauschen, säubern, bla, bla, bla. Wir hatten nichts zu verkaufen in der Zeit und so weiter. Wir hatten die Tränen in den Augen. Jetzt nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern einfach, du bemühst dich, du machst und strampelst und tust und willst und dokumentierst. Und dann hast du irgendjemanden da, der dir noch nicht mal sagt, ich habe mal einen anderen O-Ring verbaut, weil, sondern der einfach nur sagt, wird schon gut, nach bestem Wissen und Gewissen. Der wollte es ja auch nicht. Der hat auch noch Geld verloren. Natürlich nicht. Und das ist halt mega ärgerlich. Und es passiert leider immer wieder, du kannst machen, was du willst, wenn du überlegst, auch in der Autoindustrie, wie viele Rückrufaktionen gibt es bei riesen Konzernen. Und die haben da wirklich nicht einen Qualitätsmanager und nicht ein Technikteam, sondern hunderte von Leuten. Und alles wird geprüft. Und es tut uns wirklich selber weh, weil wir machen das ja aus Begeisterung. Also jeder, wenn wir neue Produkte machen oder wenn wir so einen Kleinteil machen, wie ein Klemmplättchen-Set für einen Fußballspedal-Rallye-Sprint, dann kriegst du nur über Jahre indischen Rotz und verzinkst deine eigenen Piaccio-Dinger irgendwie für ein Vermögen und denkst so, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann gehen wir hin und machen neue Bleche, wo jeder sagt so, das weiß ja gar keiner, das würdigt auch keiner, weil wir wollten den Mist halt nicht mehr verkaufen und haben gesagt so, nee, das sieht jeder, das ist ein Roller mittlerweile für 5.000 bis 10.000 Euro, da müssen anständige Klemmplättchen drin sein. Und da sind es oftmals so Kleinigkeiten, ja, da reden wir jetzt auch nicht drüber, machen keine Werbe für ein Klemmplättchen-Set, aber trotzdem, bis das Produkt mal da war, wo es ist, dass du es verbauen kannst, dass der Winkel richtig gebogen war und, und, und. Das ist manchmal, ja, für einen Fenix-Artikel, wochenlanger E-Mail-Verkehr, Muster und Verprobungen und Prototypen bauen und wir machen schon alles mit 3D-Druck vorher, damit wir keine Zeit verlieren, verschicken Dateien etc. Es läuft durch die Simulation und so weiter und trotzdem ist es manchmal, ja, es geht leider manchmal auch nicht immer alles gut und plötzlich entsteht ein Fehler, wo du nicht weißt und du redest da auch mit Ingenieuren und wir haben eigentlich ein gutes Netzwerk auch über die Rollerszene. Da sind so viele nette Leute dabei, die uns mittlerweile auch helfen und die bei irgendwelchen Unis arbeiten und sagen, ey, komm, ich gebe das bei uns ins Labor rein und so weiter und dann merkst du plötzlich, ja, es gibt halt einen Unterschied, beim Pick-up hatten wir das jetzt, du kannst halt einen Pick-up, da ist eine Spule drin, die kannst du links rum oder rechts rum wickeln und das macht halt einen Unterschied und der Umwert stimmt trotzdem. Muss man auch erstmal lernen. Da will ich aber jetzt auch noch von meiner Seite aus noch mal was sagen und das geht nicht nur mir so, das geht wahrscheinlich auch vielen da draußen so. Egal, was mal ist mit Produkten und das ist etwas, wo ich jetzt mal, wir sind ja nun auch schon seit Jahren befreundet, wo ich wirklich auch als Kunde sage, egal was ich habe, ich habe mal ganz, ganz, ganz am Anfang waren Kurbelwellen verdreht. Horror, Horror. Ja, und ich bin hierher gekommen und du warst persönlich, bist runtergekommen und hast gesagt, es ist überhaupt kein Problem, du hast dich sofort um alles gekümmert, es wurde alles ersetzt, du hast überhaupt keinen Zweifel daran gelassen, dass du dafür gerade stehst und ihr reguliert das wirklich in einem Umfang, der bis heute, also oder gerade in der heutigen Zeit, auch nicht selbstverständlich ist. Da will ich dir also persönlich noch mal sagen, das finde ich wirklich sehr beeindruckend, dass ihr das so macht, wie ihr das macht. Das ist aber für uns eine Selbstverständlichkeit. Wenn du eine Kurbelwelle kaufst und das Ding verdreht sich, dann ist es klar, dass wir die Lager, die Wellen nicht dringen und die Dichtung übernehmen. Deinen Arbeitslohn können wir leider nicht übernehmen, immer, ja, aber zumindest die ganze Peripherie, die auch unverschuldet mit kaputt gegangen ist, natürlich, ich finde, das ist eine Selbstverständlichkeit eigentlich so. Das kann nicht sein, dass man sich dann auf das Produkt beschränkt, weil es ist nicht dein Fehler, ja. Also wirklich phänomenal. Das ist etwas, was euch wirklich auszeichnet. Also das kann ich aus meiner Sicht, und das können bestimmt Hunderte, die das jetzt sehen, können das bestätigen. Die könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das genauso seht. Es ist wirklich was, die Hingabe und auch ist ja nicht so, wenn was kaputt geht, oder wenn was nicht stimmt, dass ihr sagt, ah, dann ist halt scheiße. Nein, ihr nehmt euch ja auch der Sache an. Das fuchst uns ja. Das fuchst uns ja wirklich. Du hast, sagen wir, Beispiel Getriebezahnräder. Wenn du hingehst und sagst, es gibt einen kurzen vierten Gang, das war früher mal der, von der T5, der kurze vierte Gang. Das war das ultimative Werkzeug, um das Getriebe irgendwie kürzer zu kriegen. Und die T5 hatte 12 PS an der Kurbelwelle, 125 Kubik, und dafür war der, war dieser Getrie, dieses Getriebezahnrad von Piaggio mal berechnet worden, in eisernen Dimensionen. Und wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, wir haben nicht mehr 125 Kubik und nicht mehr 12 PS an der Kurbelwelle, sondern mittlerweile 30 PS am Hinterrad, dann ist halt einfach die Physik, irgendwo spielt die da eine Rolle. Und du kannst hingehen und kannst über Materialgüten natürlich viel, viel machen, über Material machen, über Materialbehandlung, über das Herd und so weiter. Aber leider, irgendwo ist halt die Physik, kannst du nicht überlisten. Und das ist schade, wenn manche Leute da nicht auch das differenzieren können und sagen können, okay, wenn ich mir einen Motor bauere mit 40 PS, dann ist mir vorher klar, egal welches Geld ich ausgebe, ich bin immer übers Limit gegangen. Weil einfach ist, das Limit ist irgendwo bei 20, 25 PS, unserer Erfahrung zumindest, wo man sagen kann, du kannst für einen vernünftigen Preis, in den Shooting-Bereich reingehen, ohne dass dir was um die Ohren fliegt. Das kannst du auch dauerhaft vollgasfest auf der Straße fahren, aber alles über 25 PS wird einfach kritisch, weil du kannst die Kurbel nicht größer machen, die Getriebezahnräder werden nicht größer, mittlerweile werden Fünfganggetriebe gefahren, die sind nur nochmals kleiner und du kannst natürlich mit Geld viel lösen, besseres Material etc. Aber auch irgendwann ist das halt einfach vorbei. Und dann kommt es wirklich drauf an, dass 100 Prozent sauber gearbeitet wird, dass ganz, ganz viel gemessen wird, dass regelroß ausgetauscht wird, was nicht in Ordnung ist und nicht das alte Schaltkreuz noch oder der alte Tannenbaum mit neuen Getriebezahnrädern oder neue Tannenbaum mit alten Getriebezahnrädern und dann 30 PS und ich spare mir das dran, den Schulterring vielleicht mal auszudistanzieren oder wie auch immer. Also ganz, ganz viel spielt da eine Rolle einfach und das ist natürlich auch nicht immer leicht zu kommunizieren, dass da im Prinzip natürlich das Material muss halten, darum geht es gar nicht, aber der Faktor, ob das Material hält oder nicht, da gehören auch noch ein Mechaniker dazu und da gehört eine Peripherie von anderen Ersatzteilen mit dazu und da gehört auch eine Fahrweise mit dazu einfach und ich meine, wir sind alle mal jung gewesen und klar fahren wir gerne mit Wheelies an der Ampel und so weiter, aber das geht aus Material. Und ich glaube, wenn viele von uns auch ehrlich sind und ich sage das ja in meinen Videos auch immer wieder, was ich selber Material vernichtet habe, weil ich einfach, wenn du einfach Bock hast, da mal richtig einen rauszuhauen, dann, und ich habe mich verschaltet, dann weiß ich genau, jetzt klingelt es, jetzt baust du den Motor. Und ich weiß das auch, wenn du abends spät in der Garage bist und bist müde und wolltest das unbedingt nochmal zu Ende machen, da hast du auch mal gesagt, das Lockzeit wird es schon retten, obwohl das Gewinn im Arsch war und da hast du halt nicht gesagt, nee, ich bringe den zum Schweißer und mache es jetzt anständig und verzögere das Projekt in zwei Wochen und das sind die Sachen, die dir auf die Füße fallen und je mehr Leistungen du hast, das wird nicht mehr, das verzeiht dir kein Motor. Das ist, wenn du in der Autoindustrie siehst, VW zum Beispiel sagt ganz klar, sie haben DQ200, DQ400, DQ500, es gibt für jeden Motor ein spezielles Getriebe, was dafür ausgelegt ist. So, wenn du den Motor chippen lässt und willst mehr, dann sagt dir der Chiptuner, wir können nur 150 PS, weil das Getriebe ist nur dafür ausgelegt. Punkt. Fertig. So, und da wird auch nicht diskutiert, sondern dann ist das Getriebe auch nur dafür ausgelegt. Wenn du dann 600 Newtonmeter auf das Getriebe drückst, ja, dann darfst du dich nicht wollen, hinten die Korkenzähre rausführen. Das ist einfach so. Aber du hattest mir, ich glaube, irgendwann jetzt nochmal gesagt, ihr habt aber da auch nochmal aufgerüstet, ingenieurtechnisch. Genau, wir haben jetzt uns verstärkt nochmal, wir haben ja ein super Technik-Team, was im Prinzip unwahrscheinlich viel macht, aber wir haben uns jetzt auch nochmal verstärkt, einfach gesagt haben, wir müssen schneller werden einfach mit unseren Produkten, wir haben eine relativ lange Zeit, bevor wir was freigeben, haben uns jetzt immer verstärkt, haben wir einen Ingenieur Kraftfahrzeugtechnik eingestellt, der uns unterstützt und mit dem ist das halt mega geil. Ja, der hat also ganz andere Skills irgendwo natürlich und hat aber auch andere technischen Hintergrund. Es wird alles gescannt im Vorfeld, das heißt, wir müssen rechnen, haben sofort Volumenmodelle da, können dann in die Berechnung gehen, was kann man machen irgendwie und das wird uns dieses Jahr, glaube ich, nochmal einen riesen, riesen Schub nach vorne bringen, das heißt, wir werden gerne einfach nochmal hingehen, die Produkte, die wir haben, werden wir alle nochmal infrage stellen, alle nochmal durchlaufen lassen, auch nochmal gucken, okay, kann man da was verbessern, Zylinder, die sind nun auch alle schon, laufen nach wie vor super, BGM 177. Ja gut, da weiß ich aber auch, was ihr für ein Gewäse treibt, zum Beispiel, speziell um die Zylinder, um die... Da wird jeder Zylinder einzeln hier vor Ort nachgemessen, ich glaube, wir sind die einzigen, die wirklich alle Kolbenringe mit der Pfeile einzeln nachbearbeiten, dass die Rumstöße passen, alle, also jeder, der in 63 nur da Kolben verwendet, egal ob das Polini, VMC, BGM oder sonst was, kauft die alle bei der gleichen Quelle ein, das sind alles Rickkolbenringe und sie passen alle nicht bei der 63 geboren, du musst die einzeln nacharbeiten, wenn du nicht diesen Schmier auf der Laufbahn haben willst, das tun wir alles, wir vermessen sie einzeln, da gibt es auch immer Ausschuss dabei, das ist ja schon viel Bohai, aber da wissen wir, wenn wir sie rausschicken und es gibt irgendein Problem, können wir zu 99,9, Prozent ausschließen, dass es Materialproblem ist und das ist natürlich auch ganz wichtig für uns im Online-Handel, da irgendwie gewiss zu sein, das Zeug geht raus und kommt hoffentlich nicht zurück und trotzdem wollen wir hingehen und sagen, können wir noch was verbessern, was lässt sich nochmal optimieren, das hat sich viel getan in den letzten 10 Jahren und viele Produkte sind schon seit 10 Jahren auf dem Markt, aber sie funktionieren halt einfach und Never Touch a Running System ist halt auch so eine Gewiese, die nach wie vor gilt, aber wir gucken uns das ganze Thema Zylinder auf jeden Fall nochmal an, was man da machen kann, auch was es vielleicht noch nicht von BGM gibt, muss nur der Markt auch da sein, ich sag mal Small-Film-Zylinder würden wir gerne machen, aber ich glaube gerade im Small-Film-Bereich, da ist, ich weiß nicht, wie viele verschiedene Zylinder, es gibt, ob es 30 sind, mit Sicherheit, wenn nicht sogar mehr, 200er-Klasse ist auf jeden Fall interessant, da ist halt aber mit Quadrini und VMC die Messlatte recht hoch und es sind Bomben-Zylinder, da ist wenig, was man noch besser machen kann, aber ein paar Ideen haben wir, Lambretta-Zylinder auf jeden Fall noch. Das heißt, ihr seid, also es ist jetzt nicht nur, dass ihr sondiert, sondern da ist wirklich ein konkretes Interesse von euch da. Wir schauen uns das alles an. Wir schauen uns an und überlegen uns, ob es einen Mehrwert generiert für den Markt, gibt es irgendeinen Grund, dann das Produkt zu kaufen, weil einfach nur was, genauso machen wie das, was es schon gibt, ist Schwachsinn, da braucht man keine Zeit, um Geld zu investieren. Also wenn, dann muss es ein Mehrwert, dann muss es ein besseres Produkt sein und dann im Lambretta-Zylinder-Bereich schauen wir uns auch nochmal an. Das ganze Thema Bremsen ist hochinteressant, finde ich, gerade jetzt mit der Problematik. Jeder weiß, es ist TÜV-Eintragung und so weiter. Es wird immer schwerer. Die Versicherung gucken. Wir sind alle in dem Alter, wo wir sagen, boah, nee, ich fahre lieber mit eingetragenen Sachen. Ich bin nicht mehr 20, mir ist alles egal. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Sind halt an ganz vielen Baustellen dran und nicht nur im Schaltroller-Bereich, sondern auch im GTS-Bereich soll ja der eine oder andere auch in der Garage haben, der zufälligerweise aufs Schaltrodder fährt. Und auch nach wie vor spannend, finde ich, immer noch 125er Automatik oder 180er Automatik. Sprich, Interjet-Dragster, Jalera Runner ist auch noch ein sehr, sehr geiler Motor. Kann man auch noch was für machen. Also wir tanzen auf vielen Hochzeiten. Alles wird überprüft, infrage gestellt. Und ja, ich denke mal, Ende des Jahres werden sich einige wundern, was da kommt. Kannst du denn, gibt es irgendwas, wo du sagst, da habt ihr mal ein Auge drauf, kannst du irgendwas sneaken? Kannst du irgendwie was Futter geben? Oder sagst du, Leute? Nö. Ja, schade, okay. Aber in diesem Zusammenhang würde mich ganz... Weil auch da einfach, du gehst halt manchmal wochenlang in eine Richtung und denkst, du kannst das Rad neu erfinden und es gelingt dir nicht. Und das ist, also ich bin mir sicher, wir werden auch Rückschläger erleiden. Egal, auch wie euphorisch wir jetzt teilweise sind und sagen, das klappt und das muss funktionieren. Weil wir es einfach jetzt in den letzten zwei Jahren, wir waren mit zwei Zylinderprojekten beschäftigt und waren 100% der Meinung, das wird den Markt neu aufrollen. und es lässt sich nicht immer duplizieren dann in der Serie. Und da muss man manchmal Projekte auch, die echt gut gestartet haben, leider manchmal eindampfen. Das ist mega frustrierend und man versenkt mega Geld in Prototypen etc. Aber wenn du dann letztendlich einen Zylinder hast, die nur mit bestimmten Motorgehäusen, mit bestimmten Kurvewellenkombinationen laufen und nicht alltagstauglich sind und dafür dann doch zu wenig Leistung für, also Preis-Leistung stimmt dann irgendwann einfach nicht, dann mussten wir leider in den letzten zwei Jahren auch einiges begraben. Leider. Ja, gut, aber ich weiß ja persönlich auch, weil wir öfter schon auch... Wenn du hörst, den prüft dann unten ja auch, wenn du hier bist. Richtig. Der läuft ja fast sonst. Wir sprechen auch relativ häufig. Ich penetriere dich ja auch immer mal wieder mit der einen oder anderen Idee, die ich so habe. Und da ist schon auch das Herangehen und das offene Ohr bei euch sehr gut. was mich und nicht nur mich, sondern auch ein paar andere Leute draußen interessiert. Die Frage kam auch tatsächlich aus der Community. Wo siehst du nicht das Scooter-Center? Lassen wir mal das Scooter-Center außen vor. Ich glaube, das geht mit dieser Frage einher, aber wo siehst du die Vespa in zehn Jahren? Ich bin dann 60. Wie alt bist du in zehn Jahren? 65. 65. Das heißt, wir sind schon sehr alte Knochen dann. Und ich weiß nicht, ob das Thema Vespa, ich werde wahrscheinlich so lange fahren, solange ich noch irgendwie den Arsch auf die Kiste kriege. Aber glaubst du, das ist ein tragfähiges Zukunftsmodell? Die Vespa? Ja, also bin ich hundertprozentig von überzeugt. Weil ich sehe es so ein bisschen in England. Die englische Szene ist ja älter als die deutsche Szene. Du siehst, wenn du in England auftreten bist, ich meine, sie kommen noch nicht mit im Rollator, aber keine Haare oder graue Haare ist Usus. Es sind ganz viele 70, 75 Jahre dabei. Stuart Lanning habe ich letztens getroffen, ist 70 geworden. Das ist der Autor der Scooter-Ring und der Bridge-Scooter-Scene damals gewesen. quietschfidel. Also wir haben ja den Riesenvorteil, dass wir selber agiler sind im Alter. Also jetzt nicht wie unsere Eltern, die im Prinzip gefühlt älter waren. Und wie du eben gesagt hast, man hatte den Roller in der Garage, hat ihn zehn Jahre geparkt, nicht gemacht. Familie war das Thema. Aber wir sind ja alle Süchtige. Wir sind ja, es lässt einen ja nicht los. Und ich habe auch mal versucht, Motorrad zu fahren. Wie langweilig. Also ein halbes Jahr und weg war das Ding. Hat mich einfach nicht abgeholt. Wenn da ist man Rollerfahrer oder man ist kein Rollerfahrer. Witzig, dass man sich mit 100 km mehr zufrieden gibt, als ein Ding, was 250 km mehr hat. Fand ich witzlos. Und es ist, solange die Politik mitmacht und jetzt wir Bestandsschutz haben auf der Vespa oder Lambretta, glaube ich, werden wir alle Höhen und Tiefen haben. Aber wir werden uns davon ja nicht mehr trennen. Es wird und bleibt einfach ein Bestandteil unseres Lebens. Damit sind wir groß geworden. Und ja, auch wenn man vielleicht mal einen Roller tauscht oder verkauft, aber oder auch nicht mehr noch mehr dazu kauft. Das habe ich jetzt gerade so erlebt. Wir alle haben ja meistens nicht nur ein oder zwei Roller, sondern meistens drei, vier, fünf oder noch mehr. Dann sagt man irgendwann mal, es reicht jetzt so langsam. Aber ich kenne keinen eigentlich, der seine Sammlung auflöst oder sonst irgendwas. Ich kenne auch niemanden, selbst wir haben immer gewettert oder so Wetten gemacht, so ja, der VCVD, die ganzen alten Knacker, diese Früher Hoffmann-Königin und so weiter, die müssen doch irgendwann den Markt überschwemmen. Ja, versuch mal, eine Königin zu kriegen unter 20. Es gibt sie nicht. Die werden gehortet. Das ist, das verkaufst du einfach nicht. Das ist Bestandteil deines Lebens. Und ich glaube, wir werden vielleicht weniger mal wieder fahren. Wir werden mal wieder mehr fahren. Es wird mal ein Jahr geben, je nachdem, wie die Witterung ist und nach Corona, da hat sich auch vieles geändert. Und es gibt Höhen und Tiefen, aber es bleibt ja Bestandteil von dir. Und es ist deine DNA der Roller. Und du wirst das nie aufhören. Das weiterzugeben an die nächste Generation, das finde ich das viel, viel schwieriger, weil da einfach, Vater Staat, uns mit der Bürokratie der Führerscheinhürden, das ist so abartig. Also ich habe zwei Töchter, die eine macht jetzt einen 17-Ehr-Führerschein. Ja, da reden wir beim Autoführerschein über 3.500 Euro mittlerweile. Ich habe gesagt, mach doch noch ein Motorrad dabei. Er hat gefragt, zahlst du ihn? Ja, weil der hätte nochmal 1.500 Euro oben drauf gekostet. 5.000 Euro für diese Kombination? 5.000 Euro für Auto mit Motorrad. Es ist so abartig. Und das ist eigentlich das Schwierige in Deutschland, finde ich mittlerweile. Es ist nicht daran, dass die Leute keinen Bock haben, aber es ist einfach so teuer geworden einfach. Und deswegen neue Leute zu motivieren, motiviere sie erstmal zum Führerschein, weil 5.000 Euro steigen halt viele leider aus. Ja, und da sind wir bei dem nächsten Punkt. Auch die Teile und so weiter. Wenn du heute ins Tuning einsteigst und im Motorenbau und so weiter, da bist du ja ruckzuck bei 3.500 bis 5.000 Euro, wenn du gute Teile kaufst, wenn du entsprechend in die Leistungsklassen vorstoßen willst. Ja, aber das ist natürlich auch Demut und Bescheidenheit. Muss es denn immer sofort der Quadrini oder BFA oder sonst was sein? Was fragst du den falschen Mann? Ganz genau, ja. Aber wenn man sich, sage ich mal, bescheidet und auch mit dem 24SI mit einer Sportbox oder sonst irgendwas, Touringbox und schön mal losgeht, man hat auch einen super geilen Motor, der Spaß macht und wenig Sprit verbraucht. Es muss ja nicht immer diese Exkursion ins Extreme sein. Das sage ich auch oft in den Videos, wenn ich bedenke, dass ich heute mit dem 24SI mit dem Malossi Sport 20 bis 25 PS generieren kann, da hätte ich Mitte der 90er mich körperlich dem einen oder anderen doch deutlich zur Verfügung gestellt, wenn du das damals, diese Möglichkeiten hattest. Und auch diese Informationen, die hatten wir ja damals alle nicht. Heute ist ja die Informationsfähigkeit, also die Bandbreite, wo du die Informationen holen kannst, auch sehr viel größer. Ich glaube tatsächlich auch, dass es wahrscheinlich schwierig wird, den Zweitaktor in seiner wundervoll stinkenden, kannst du dich noch an, das Kastrol TTS, wie hieß das noch? TTS. Kastrol TTS. Junge, das war ja, ach Gott, wenn du da hinterm Roller hergefahren bist, der Kastrol getaktet. Legendär. Ja, legendär. So, wir können damit halt auch was anfangen, wenn du heute mit dem Roller durch die Stadt fährst und wir fährst einen Kurs mit ein paar Leuten, dann stehen halt viele am Straßenrand, die sich freuen, aber mindestens auch genauso viele, die so machen und so machen und dich verteufeln. Glaubst du, dass wir in zehn Jahren, dass der Bestandsschutz uns rettet? Das weiß keiner. Das ist, es bleibt zu hoffen, weil also ich denke immer wieder, dieses Alte, dieses nach hinten schauen, ich habe das bei meinen Kindern erlebt, die hören auch Vinylplatten mittlerweile wieder, die haben sich eine Polaroid-Kamera gekauft, früher war alles besser. Das sagen selbst wir jetzt mittlerweile in unserem Alter. Nein, es ist einfach so. Ich glaube einfach, und ich hoffe auch, dass einfach die Leute sehen, dass das auch in der Nachhaltigkeit, einen Roller wegzuschmeißen und was Neues, Elektrisches in China zu bauen, ist auch nicht das Rätselstlösung. Solange etwas da ist und genutzt werden kann, sollte man es machen. Natürlich werden die Eintragungen so in der Form, wie sie jetzt in den letzten zehn Jahren gemacht wurden, immer schwerer werden und ich denke mal, immer seltener gemacht werden können. Aber das grundsätzliche Fahren und wenn wir uns alle mal, sagen wir mal, selber am Riemen reißen und nicht mehr wie die Idioten durch die Fußgängerzonen fahren oder sonst irgendwas, ist das auch alles halb so schlimm. Aber ich glaube, also ich hoffe einfach, dass wir diesen Bestandsschutz genießen und ansonsten gibt es immer noch mittlerweile genug Konzepte schon, die im Prinzip die klassische alte Vespa umbauen auf Elektroantrieb. Ich bin kein Freund von Elektroantrieb, sind wir beide nicht. Wir sind auch zu nah hier an der Braunkohle dran, glaube ich. Aber es ist halt einfach so, es wäre zumindest, das Fahrgefühl ist im Ansatz da. Es wäre, pass auf, was ich persönlich denke über Elektro ist das eine, aber es wäre ja ignorant, diesen Trend und diesen Weg, den die Industrie nimmt und auch die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, das nicht anzunehmen oder es wäre fatal, das zu ignorieren. Glaubst du, oh Gott, jetzt sage ich etwas, glaubst du, dass es tragfähige Konzepte gibt, eine PX200 auf Elektromotor umzubauen, weil alles das, was dieses Scheißding ausmacht, ist der Sound, die Lautstärke, der Gestank, die dreckigen Finger, das Öl. Das hast du alles da nicht mehr. Ich meine, ich habe bis gestern Abend noch, ich kriege es gar nicht mehr sauber, ich habe bis gestern Abend noch geschraubt. Das ist etwas, was, wenn du das Ding anmachst, da ist halt völlig emotionsfreies Fahren. Glaubst du? Das ist das, was ich immer sage, wir alle, egal auf welchem Winkel der Welt wir sind, und ich bin ja relativ viel unterwegs, auch in Asien und so weiter, du bist irgendwo und du hörst es, du hörst die Vespa, es ist ein einmaliges Geräusch und sofort geht das Herz auf. Ich sehe sie noch nicht, aber ich höre sie schon und weiß sofort, da kommt ein Roller und es ist ein alter Schaltroller meistens und das kannst du natürlich nicht simulieren. Wir drehen uns genauso um wie nach einer attraktiven Jungdane. Ganz genau. Das Feedback ist besser. Aber ja, ich bin Elektroumbauten gefahren von Vespa, mich hat es nicht abgeholt, aber solange ich die Wahl habe, holt es mich natürlich nicht ab. Wenn ich vor der Entscheidung stehe und irgendwann gar nicht mehr fahren oder elektrifiziert fahren, fahre ich lieber elektrifiziert als gar nicht. Und ich denke, es gibt, ja, dir fehlt das Schrauben oder wir wissen ja nicht, was kommt. Also ich denke mal einfach, Reichweite muss da sein, es muss gewisse Speed da sein, mehr als 60 kmh. Wenn wir 100 kmh fahren können, so ungefähr reichende Tankfüllung auch, 120, 100 kmh, das alles mit 80, 90 kmh oder sonst was, ist das cool. Das geht auf jeden Fall. Das macht mehr Spaß als gar nicht mehr zu fahren. Und es gibt mittlerweile Konzepte und ich weiß auch von italienischen Herstellern, die auch nicht so unbedingt ein Faible genießen haben, aber die arbeiten auch alle da dran und da wird was kommen und man muss halt einfach schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Der Strom muss halt günstig sein, damit es sich auch irgendwo noch Sinn macht und der Strom muss grund sein in der Produktion. Ansonsten macht das ganze Konzept natürlich keinen Sinn. Das heißt aber, gibt es, seitens des Scooter Centers, nehmt ihr euch dieser Themen an? Wir beschäftigen uns mit den Themen. Der Ingenieur, der zu uns gekommen ist, hat das Konzept in der Tasche, hat einen Motor fertig. Im Prinzip den Umbaumotor, der Markt ist noch nicht da. Also es gab ja eine Firma in Münster, Evotec, die das ganze Konzept schon haben, auch mit TÜV und so weiter. Die können alle Smallframes umrüsten auf Elektroantrieb. Kommt eine Triebsatzschwinge rein, kommt Batterie statt Tank rein. Gibt es alles schon mit TÜV in Deutschland. Kannst jede PK, XL2, V50, Primavera umrüsten, bis zur VBB, VBA haben sie gemacht. Waren bei uns beim Open Day vor zwei Jahren. Auch mit Probefahren, Beschleunigung irre, Topspeed fehlt halt einfach und Reichweite fehlt. Aber es gibt schon fertige Konzepte in der Schublade mit TÜV, mit allem zu teuer aktuell noch. Der Antrieb an sich kostet zwischen 3, 3,5 und da ist keiner reich bei geworden. Da fehlt halt einfach die Stückzahl. Aber ich bin mir relativ sicher, dass du ein Konzept, wenn du es brauchen würdest in der Menge, und man würde wirklich über eine Stückzahl reden von was weiß ich, 10, 20.000 oder sonst was, ließe es sich relativ günstig produzieren, weil es ja letztendlich alles Baukasten ist, 10 Zoll Elektroantriebe gibt es wie Sand am Meer, plus eine Batterie. Das ist alles keine Raketenwissenschaft, muss nur adaptiert werden, TÜV-Sägen finden. Und da ließen sich zumindest alle Smallframe elektrifizieren relativ einfach. Die Xen, das wird es auch alles geben. Das ist nur der Markt dafür da. Das heißt, ihr verschließt nicht die Augen davor. Wir machen nicht die Augen dafür zu, aber wir brennen jetzt auch nicht unbedingt dafür. Brennen ist was anders. Ich glaube tatsächlich, das ist nur so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob das Gefühl umsetzbar ist in die Realität. Ich glaube, ich glaube, wenn man vielleicht, auch wenn es verbunden ist mit sehr, sehr viel Geld, was man in die Hand nehmen muss, und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das Geld hätte, den Mut dazu hätte, nochmal das Thema Motorgehäuse, Motorentechnik anzugehen, wo man sagt, das PX-Gehäuse, und das ist das, was du eben gesagt hast, als wir über die Getriebe sprachen, der PX-Motor zum Beispiel ist, wie er ist. Die Platzverhältnisse sind, wie sie sind. Die Bohrungen, den ganzen Kram, den du da hast, er ist, wie er ist. Du kannst also nicht sagen, ich mache da jetzt mal ein Siebengang-Automatikgetriebe rein oder sonst was. Du hast halt den Bauraum, den du hast. Das Einzige, was ich glaube, wo man vielleicht nochmal ansetzen könnte, wenn man sagt, man überdenkt das Ganze, Motorenkonzept, man hat vorne die Schwinge und man hat hinten den Stoßdämpfer und dazwischen, da überdenkt man das Thema. Genau, das hat ja ein Österreicher schon gemacht. Der hätte im Prinzip einfach den Elektromotor aufs Motorgehäuse praktisch statt des Zylinders gesetzt. Das heißt, du schaltest ganz normal, du hast einfach diese Kraft, die kommt halt vom Elektromotor und geht auch komplett durch das Standardgetriebe durch. Und ich würde noch nicht mal sagen, lass uns da mal auf der elektrischen Nummer bleiben, sondern da vielleicht sagt, vielleicht gibt es ja da noch was, wo man sagen könnte, jetzt ist es auch noch so, jetzt hast du mit Leuten wie mir oder unserer Generation auch noch Leute, die durchaus finanziell in der Lage sind, das Ganze mitzutragen. Das heißt Kunden, die das kaufen würden. Ich sage mal, es gibt ja durchaus Firmen, die Roller bauen, zwischen 20.000 und 30.000 Euro. Da muss ja ein Markt für sein. Also es muss auch Menschen geben, die sich dafür begeistern lassen können. Ich glaube, wenn es da noch mal einen Ansatz gäbe, auch wenn es bedeutet, dass es dann halt ein Zylinder für ein paar hundert Euro mehr sein müsste. Aber wenn du dann sagst, ich habe jetzt wirklich ein Motorkonzept, was ich an die Festpunkte einsetzen kann in den PX-Rahmen, was aber anders aufgebaut ist. Ich glaube, das wäre vielleicht noch mal interessant, aber den Aufwand dazu betreiben, ist wahrscheinlich, ja, muss man viel Mut haben, viel Geld haben und wie du sagtest, wir gehen ja auch irgendwann, also wir sind ja dann auch, kommt ja nichts nach. Vielleicht erleben wir es ja tatsächlich noch mal, dass wir so eine Renaissance haben wie bei der Automatikgeschichte 2000 bis 2008, dass noch mal irgendwie die Jugend, Du siehst jetzt, was passiert ist mit dem Autoführerschein, dass du mit dem Autoführerschein 125er fahren darfst. Das hat ja dem Markt einen riesen Impuls gegeben bei den Neufahrzeugen. Natürlich ist es meistens eine moderne Automatik-Roller, die gekauft wurden, aber für die Vespa hat super Umsatzzahlen geschrieben. Viele Leute sind plötzlich zum Roller gekommen, die vorher damit immer geliebäugelt haben und so einen Autoführerschein, der kostet, also einen Motorradführerschein, dass du 125er fahren darfst, bist bei 600 Euro dabei, ist ja okay. So ist meine Frau zu dem Thema gekommen. Die hat dann gesagt, oh Mensch, das ist die Möglichkeit und jetzt hat sie dann letztes Jahr den Motorradführerschein gemacht. Übrigens deckelt sich das mit den Erfahrungen, die ich mit dem Motorradführerschein gemacht habe. Also Diana hat für den Motorradführerschein 1700 Euro bezahlt. Nur für den Motorradführerschein. Da habe ich mich wirklich auf den Hintern gesetzt, wenn du das in dem Markt noch umrechtest, was wir ja nicht machen darfst, aber da war schon... Was wir immer tun. Ja, gut. Wir haben halt noch... Ich habe das in einem der anderen Videos gesagt. Die Vespa hat mal 3.300 Marke gekostet, die 200er. Das sind 1500 Euro, 16, 1700 Euro. Was kriegst du denn heute für 1700 Euro? Eine Kurbewelle, eine Kingwelle, einen Quatrini-Zylinder und eine Kupplung. Und dann bist du schon über die 1700 Euro. Verstehst du die Richtung? Also es ist... Es ist wirklich eine sehr spannende Reise, aber was ich umso spannender finde, ist, dass ihr diese Reise mitmacht und dass du dich da auch klar positionierst und sagst, wir haben jetzt nochmal investiert, wir gehen jetzt nochmal den Weg, wir haben den Ingenieur am Start und das ist ja auch erst der Beginn. Genau. Wenn du alle Themen nochmal angehst und nochmal anfasst, da kommen ja auch nochmal andere Punkte, wo du auch nochmal Geld investierst, wo vielleicht nochmal andere Produkte kommen, wo du nochmal andere... Vielleicht brauchst du auch nochmal einen zweiten Ingenieur, dessen verschließt ihr euch ja nicht. Nee. Ich habe noch ein paar Fragen und da sind wir auch schon fast am Ende, weil ich... Das ist egal, das ist egal, aber ich glaube, es ist genau das, was nicht nur mich interessiert, sondern auch viele da draußen interessiert. Einfach auch mal so ein bisschen... Du bist ja in der Szene schon unfassbar bekannt, aber ich glaube, so einen Einblick in die Geschichte von dir und in die Geschichte vom Scooter Center hat es so auch noch nicht gegeben. Natürlich begleitet uns das Scooter Center auch schon seit vielen, vielen Jahren, aber ich glaube, so dich mal so ein bisschen hinter den Kulissen auch mal kennenzulernen, ich glaube, die Möglichkeit hat nicht unbedingt jeder und ich glaube, das gefällt auch vielen, dass sie mal so ein bisschen den Griff dran gekriegt haben. Was mich persönlich interessiert ist Custom Show. Das ist jetzt... Ich möchte unbedingt... Pass auf. Du weißt, ich muss das fragen. Ich muss das fragen, weil ihr habt letztes Jahr einen rausgehauen mit der Custom Show. Das war eine Benchmark, die ihr da gesetzt habt. Ich war... Wir haben im Nachgang drüber gesprochen, die Location war mega, die Leute waren mega, die Roller waren mega. Es war rundum einfach eine... Einfach mega. Ja, es war eine mega Veranstaltung. Gibt es nächstes Jahr eine? Wir haben ja das Problem, normalerweise haben wir gedacht, brauchen wir nicht mehr zu machen, weil wir machen so Open Days. Jetzt haben wir hier das Problem am Standort, dass mittlerweile unsere Stadt Bergheim uns sehr, sehr hohe Auflagen gibt und unsere Takte auf der Tür, weil es einfach zu groß geworden ist. Das heißt, wir können jetzt hier wirklich vor Ort... Das ist gar nicht... Nochmal, hier kommen Horden von Menschen an. Ja, also wir hatten das letzte Mal, waren es glaube ich auch wieder über 1500, 1700 Leute, die wir gar nicht mehr hier irgendwie unterbringen können und wegparken müssen. Das gefällt nicht jedem, verstehe ich auch. Die Auflagen sind sehr, sehr hoch geworden, weil wir einfach diesen Platz einfach nicht mehr haben und insofern steht, ist natürlich der Druck, eine tolle Veranstaltung wieder zu machen, relativ groß, aber die war so gut, dass wir Angst haben natürlich, dass man manchmal muss man Sachen auch einfach wirken lassen, wie schön sie waren und nicht versuchen, zu reproduzieren sofort. Auf der anderen Seite, wir wären ja auch 33 und bei so einer Schnapszahl kann man ja auch mal darüber nachdenken, ob man nicht einfach mal andere Sachen macht oder was Neues wieder macht und die Location ist halt einfach mega und wir würden das dieses Jahr glaube ich auch oder wenn wir es wieder machen, machen wir den Nighter auch direkt bei der Location. Das war ja ein Kritikpunkt, den viele Leute an uns hatten, dass der Nighter woanders war und ja, das wäre natürlich mega. Wir würden es total gerne machen. Die Location ist geil. Ich glaube, die Leute würden wieder kommen. Da sind Hotels, da sind noch mehr Restaurants mittlerweile da und wir spielen mit den Gedanken. Also wir wären dann eigentlich auch am liebsten da. Weil das war Hammer. Und ich muss dir das auch sagen, ihr müsst das machen, weil... Weil du einen Roller baust. Das ist der Pakistan-Roller. Wir haben eben drüber gesprochen, das Konzept steht für den Pakistan-Roller. Es wird für 2025 soll was kommen. Es wird sehr aufwendig sein. Natürlich möchte ich den dann auch zeigen, klar. Aber was mir persönlich da nochmal am Herzen liegt, ist dir auch zu sagen, eure Custom-Shows und eure Veranstaltungen beinhalten oder binden so viele Leute aus der Szene. Von den alten Clubs, den alteingesessenen Jungs, die wir noch kennen seit 30 Jahren, bis hin zu den neuen, die dazukommen, die sich interessieren, die Bock drauf haben, Individualität, Handwerkskunst, ausgefallene Roller zu sehen, aber auch der GTS-Fahrer, weil der Markt durch euch ja auch bedient wird. Ihr müsst das machen. Ja. Ihr müsst das. Es geht nicht, weil das ist, es ist ein, der Zuspruch, den ihr, den ich auch, wenn ich mit Menschen über diese Custom-Shows zum Beispiel spreche, den Zuspruch, den ihr da, und dieses positive Erlebnis, was da mit einhergeht, den ihr auch da aus der Szene habt, das ist für viele, die auch wissen, organisatorisch, das kostet ein horrendes Geld. Das ist für euch echt ein Akt, das zu stemmen, aber für uns ist das ein wichtiger Ankerpunkt, weil wir sagen, ich sage dir ganz ehrlich, was bleibt so Enthusiasten wie uns denn dann noch? Du, absolut, wir machen es ja auch gar nicht. Für uns ist das ja eigentlich gar keine Frage. Die Problematik ist, der Philipp, der das damals organisiert hat, der war fast ein Jahr mit dem Projekt beschäftigt und der hat sich jeden Tag war der am Telefon und hat Leute angerufen, mit Händlern gesprochen, mit Ausstellern gesprochen, Überzeugungsarbeit, das DJ-Team zusammengestellt und, und, und. Es ist ein irrer Planungsaufwand und die Lokalität voll zu kriegen, die ist groß, du warst selber da, die ist ja wirklich, die ist geil, aber die ist groß, da brauchst du richtig Futter, was ausgestellt wird. Die war damals noch bezahlbar, weil nach Corona die noch nicht so viele Anfragen hatten. Mittlerweile ist das eine der Top-Locations in Köln, die gebucht wird für alle möglichen Firmenkongresse, für Abi-Bälle, für Tod und Teufel und wir müssen richtig viereckig Geld auf uns schlägen. Nicht, nicht viel, sondern richtig, richtig, richtig viel und das ist halt auch ein finanzielles Investment. Wir hatten damals Glück, es war es Wetterbombe und so weiter, wenn es in Strömen regnet. Ich weiß, ich weiß. Wir reden da nicht über 10.000, 20.000 Euro, das geht schon in eine ganz andere Richtung und das ist die Problematik so ein bisschen. Gib uns mal Zeit, wir wissen, wir stehen da unter Zugzwang, 33 Jahre ist ein schöner Anlass, da auf jeden Fall was zu machen. Wir nehmen das mit. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist das, was ich aus meinem direkten Umfeld auch weiß. Der Dank der Szene wird dir auf jeden Fall gewiss sein, erst mal, dass die Leute kommen, präsent sind und ich glaube, in dem Wissen, was es für ein Aufwand ist, sehen sich viele dann auch in der Verantwortung, es zu besuchen, weil es ist halt auch nicht viel machbar. Also die Vespa-Welt, das merke ich auch immer wieder, es ist eine sehr kleine, wir sind eine sehr elitäre Gruppe von Menschen, die sich diesem Stück Blech verschrieben haben. Wir reden hier nicht über die Auto-Industrie oder die Auto-Tuning-Szene, sondern die lachen ja über uns, aber wir sind halt, die, die es so mit dem bescheuerten Kopf und dem bescheuerten Herz, wie ich es oder wie wir es betreiben, gibt ja noch viele, viele andere und die nehmen das halt auch sehr ernst. Also da hoffe ich sehr, dass was kommt und da hoffe ich auch sehr, dass wir da ja nächstes Jahr, vielleicht nicht dieses, aber nächstes Jahr die Möglichkeit haben, uns da nochmal zu treffen, denn klar, ich baue einen Custom-Roller, ich will den auch zeigen, logisch, aber für mich ist das auch wichtig, ich sehe halt auch viele Leute und ich sehe halt auch, das ist für mich von der anderen Seite auch nochmal, ich sehe aber auch die Roller der anderen Jungs und ich gehe dann, wenn ich mir die Roller angucke, mit einem hohen Maß an Ehrfurcht, auch an Demut vor dem Schaffungsprozess der anderen durch die Reihen. Die Qualität der Roller war halt auch absolut genial, also so schöne Roller, so geballt, also Wahnsinn, auch die Clubstände und so weiter, da hat sich jeder ins Volk gelegt. Was die Leute von Aufwand getrieben haben, nimm dir mal den Michael, den Zinnen aus Aachen oder die Kelten, die mir spontan einfallen oder der Marek, die da aufgefahren sind, die sind mit siebeneinhalb Tonnen gekommen, das ist ja auch für die Leute eine Riesenkostenaufwand. Und das zahlt dir die Szene dann auch damit zurück. Nein, ich finde das super. Also da hoffe ich sehr, dass was kommt. Wir bemühen uns. Tatsächlich, ja, ich, du hast, ich habe so viel mir notiert, was ich gerne wissen wollte und es hat sich auch sehr, sehr viel aus diesem Gesprächshaus auch ergeben, wo du mir einfach auch wunderbar in die Karten gespielt hast. Ich bin ja immer sehr dankbar, wenn jemand, wenn wir, das ist jetzt nicht immer einfach, vor der Kamera zu sprechen, aber wenn man, ich vergesse die dann irgendwann. Ich sitze dann hier mit dir und wir dremeln dann halt das auf und ich habe jetzt ein paar Mal draufgehoben und habe gedacht, okay, hast du, hast du, hast du, hast du, hast du alles schon, hast du alles. Ich danke dir, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Jetzt zum dritten Mal, erstes Mal nicht geklappt, zweites Mal nicht geklappt. Du weißt gar nicht, ob das Ding im Kasten ist. Also, das Mikro funktioniert, da ist das rote Licht, es müsste alles gleich gewesen sein. Ich bin gespannt. Wenn das jetzt wieder in die Hose gegangen ist, dann darf ich mich nicht überblicken lassen. Nein. Also, es war super, super, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir da zusammengekommen sind, dass wir die Möglichkeit haben, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen länger und ein bisschen intensiver, aber ich glaube, dass die Jungs da draußen auch ein bisschen die Chance hatten, mal so ein bisschen was mitzunehmen. Ja, wir können jetzt nicht alles erzählen, aber ich hoffe mal, so ein bisschen Idee bekommt man, dass wir auch arbeiten den ganzen Tag. Ja, keine Frage. Und das ist ja das, was ich in einem der Short-Videos gemacht habe, das, was mir als Kunde persönlich auch an Enthusiasmus bei euch entgegentritt, ihr seid ja wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit da, ob ihr Inventur habt oder nicht, da kann man wirklich dann auch kommen und euch auf den Sack gehen und man wird nicht weggeschickt und das hat schon alles einen sehr, sehr hohen Identifikationsfaktor. Jetzt nicht nur bei dir, weil du dem Unternehmen vorstehst, sondern auch bei allen, die da unten sind und das macht es halt einfach auch aus und das ist mein Empfinden, ihr seid halt unfassbar an der Szene dran, ihr habt einen anderen Ansatz und ihr identifiziert euch auch noch anders mit dem Thema Vespa als andere Unternehmen. Das finde ich von meiner Seite aus halt auch bemerkenswert, denn ich glaube, es ist nicht immer einfach, sich morgens aus dem Bett zu schälen, hierher zu kommen und die Motivation, also ich kann mir das fast nicht vorstellen, dass du nicht irgendwann mal den Punkt hast, wo du sagst, so jetzt ist die Motivation, jetzt würde ich gerne einfach auch mal im Bett liegen bleiben. Also ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist noch nicht vorgekommen, aber ich muss dir echt sagen, Kevin, für mich ist das immer noch ein Traumjob. Ich mache das, wozu ich Lust habe. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, hier ich flippe herum, also ich arbeite gerne und für mich ist Scooter Center, das ist mein Leben, das ist das Einzige, was ich kann und das ist, ja, das ist mein Baby. Ja, genau, es ist dein Nebentag. Ja, das macht Spaß und es macht Spaß mit den Leuten zusammen, vor allen Dingen. Wir sind ja hier alles, das ist ja sehr familiär alles bei uns und klar, das ist auch alles Arbeit, das ist nicht alles Gold, was glänzt, um Gottes Willen, aber nee, wir machen das gerne, wir machen das mit viel Freude und klar, manchmal ist man abgefuckt, weil man irgendwie ungerecht sich behandelt fühlt oder wie auch immer, weil man verressen wird oder was, aber Gott's Willen, jeden Tag mit Vollgas und nach vorne gucken. Du darfst eins nicht vergessen und ich weiß nicht, ob das, lass dir das vielleicht auch stellvertretend von mir, von vielen da draußen sagen, wir sind wirklich sehr dankbar, dass es Unternehmen wie deines gibt, die uns ermöglichen, diese italienischen Cola-Dosen, zusammengeklebten Cola-Dosen am Leben zu halten, denn wenn es euch nicht gäbe, dann gäbe es wahrscheinlich bei mir auch kein Roller mehr in der Werkstatt, denn wenn du nicht weißt, wo du die Teile herkriegst, wenn du auch Probleme hast, die nicht gelöst werden, Thema Stoßdämpfer zum Beispiel, wenn du irgendwann verlierst du dann die Lust und den Mut, dann bin ich auch bereit, 250 Euro für einen Stoßdämpfer auszugeben, wenn ich aber weiß, ich habe da ein gutes Produkt und ich glaube, das ist, ich möchte persönlich da einfach nochmal Danke sagen für euren Enthusiasmus, für eure Leidenschaft, die ihr da reinsteckt, denn ohne euch würde ich wahrscheinlich schon lange kein Roller mehr fahren. Oh, okay, du hast es schön gesagt. Das ist aber so, da stehe ich vollkommen zu und ich glaube, das war auch ein gutes Schlusswort, oder? Ja. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, den einen oder anderen wohlwollenden Kommentar gerne gesehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und dir danke ich ganz herzlich und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.